Märchen von Charles Perrault Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Rotkäppchen Es war einmal ein Bauernmädchen, so hübsch und niedlich, als man nur eins in der Welt sehen kann. Ihre Mutter war ganz in sie vernarrt und ihre Großmutter noch mehr. Diese gute Frau ließ ihr nun ein rotes Käppchen machen, das ihr so gut stund, dass man sie davon allenthalben nicht anders als Rotkäppchen nannte. Nun hatte ihre Mutter einmal Brotkuchen gebacken. Da, sagte sie zu ihr, bring der Großmutter ein Stück Kuchen und das Butterbüchschen und sieh, was sie macht, ich hörte vorhin, sie wäre krank. Nun trappelte Rotkäppchen geschwind fort zur Großmutter, die in einem anderen Dorf wohnte. Da sie nun unterwegs durch ein Holz ging, kam der Meister Wolf und wollte sie fressen, aber er getraute sich's doch nicht wegen etlicher Holzhauer, die in der Nähe waren. Er fragte sie daher nur, wo sie denn hinginge. »Ih«, sagte das gute Mädchen, »dass noch nicht wußte, wie gefährlich es ist, sich mit einem Wolfe einzulassen. Da will ich zur Großmutter und ihr ein Stück Kuchen und ein Butterbüchschen von meiner Mutter bringen.« »Ei, wo wohnt sie denn?« fragte der Wolf wieder. »Ist's denn noch weit?« »Ach ja, freilich«, versetzte Rotkäppchen, »sie wohnt noch über der Mühle draußen, die du unten, ganz unten siehst, gleich im ersten Hause, wenn man zum Dorf hineingeht.« »Nun gut«, sagte der Wolf, »ich will sie auch besuchen. Weißt du was? Ich will den Weg da gehen und geh du jenen Weg, und da wollen wir sehen, wer zuerst hinkommt.« Nun fing der Wolf aus Leibeskräften zu laufen an und nahm den kürzesten Weg. Rotkäppchen aber hatte den längsten Weg genommen und hielt sich noch dazu allenthalben auf, suchte Haselnüsse, lief den bunten Schmetterlingen nach und bunte sich Sträußchen von Blümchen, die sie hie und da pflückte. Der Wolf wager bald vor der Großmutter Haus. Er pochte an. »Poch, poch!« »Wer ist da?«, ruft die Großmutter. »Mach nur auf, lieb Großmutter«, antwortete der Wolf mit verstellter Stimme, »ich bin's, euer Rotkäppchen. Ich bringe euch Brotkuchen und ein frisches Butterbüchschen, das euch meine Mutter schickt.« Die gute Großmutter, die im Bette lag und krank war, rufte, »Zieh nur an der Klinke, und der Riegel geht gleich auf.« Der Wolf zog an der Klinke, und die Haustür ging auf. Nun fiel er über die arme Frau her und fraß sie mir nichts, dir nichts rein auf, denn er hatte ganze drei Tage nichts gefressen. Er machte darauf die Tür wieder zu, legte sich ins Bette der Großmutter und wartete nun auf Rotkäppchen, die bald darauf kam und an die Tür klopfte. »Poch, poch!« »Wer ist da?« Rotkäppchen, welche die grobe Stimme des Wolfes hörte, fürchtete sich anfangs davor. Sie dachte aber hernach, dass die Großmutter vielleicht einen heischen Hals hätte, und antwortete, »Mach nur auf, ich bin's, das kleine Rotkäppchen, ich bringe euch frischen Kuchen und ein Butterbüchschen, das euch meine Mutter schickt.« »Zieh nur an der Klinke!«, ruft der Wolf und machte seine Stimme so klar, als er konnte. »Zieh nur an der Klinke, liebes Rotkäppchen, und der Riegel wird gleich aufgehen.« Rotkäppchen zog an der Klinke, und die Tür ging auf. Da der Wolf sie hereinkommen sah, kroch er unter die Bettdecke und sagte zu ihr, »Setzt den Kuchen und das Butterbüchschen nur hin auf den Mehlkasten, und komm hernachher und leg dich ein bisschen bei mich ins Bett.« Rotkäppchen tat es, zog sich aus und wollte sich ins Bette legen, aber wie erschrak sie nicht, da sie die Decke aufschlug und sah, wie ihre Großmutter im Bette aussah. »Ach, lieb Großmutter«, fing sie an, »was ihr für große Arme habt!« »Die hab ich, meine Tochter, dass ich dich desto besser umarmen kann.« »Ach, lieb Großmutter, was ihr für große, rauche Beine habt!« »Die hab ich, meine Tochter, dass ich desto besser laufen kann.« »Ach, lieb Großmutter, was ihr für große Augen habt!« »Die hab ich, meine Tochter, dass ich desto besser sehen kann.« »Ach, lieb Großmutter, was ihr für große Zähne habt!« »Und die hab ich, dass ich dich besser fressen kann.« »Und wie er das sagte, fiel der garstige Wolf über das arme Rotkäppchen her und fraß es.« Ende von Rotkäppchen Die Feen von Charles Perrault Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Die älteste glich ihr von Gesicht und Laune so sehr, dass sie die leibhaftige Mutter war und man eine mit der anderen hätte verwechseln können. Sie waren beide so widerwärtig und hochmütig, dass gar kein Mensch mit ihnen auskommen konnte. Die jüngste aber war das leibhafte Ebenbild von ihrem Vater an Sanftmut und Gutherzigkeit und bei alledem noch das hübscheste Mädchen, das nur weit und breit zu finden war. Da man nun meistens nur seinesgleichen liebt, so hatte die Mutter sich auch in die älteste Tochter ganz vernarrt und konnte die jüngste hingegen gar nicht leiden. Tat ihr alles zuleide, ließ sie nicht mit am Tische, sondern nur in der Küche essen und gab ihr unaufhörlich zu arbeiten. Das arme Kind mußte unter anderem auch alle Tage zweimal eine gute halbe Stunde weit vom Hause ans Wasser gehen und einen großen Krug vollholen. Da sie nun einmal eben an dem Brunnen war, kam eine alte Frau zu ihr und bat sie, sie möchte sie doch einmal trinken lassen. »Ei, herzlich gerne, gutes Mütterchen«, sagte das hübsche Mädchen, spülte gleich ihren Krug recht sauber aus und schöpfte am hellsten Flecken in der Quelle frisches Wasser, reichte ihr den Krug und hielt ihr ihn immer, während sie trank, damit es ihr nicht zu sauer würde, ihn selbst zu halten. »Hab Dank, mein liebes Kind«, sagte das Mütterchen, das sie getrunken hatte. »Du bist so schön, so lieb und so gut, dass ich dir etwas schenken muß. Denn es war eine Fee, die nur die Gestalt einer armen alten Bauerfrau angenommen hatte, um zu sehen, wie weit die Gutherzigkeit dieses jungen Mädchens gehen würde. »Ich schenke dir also die Gabe«, fuhr die Frau fort, »dass dir, wenn du sprichst, mit jedem Worte eine schöne Blume oder ein Edelstein aus dem Munde fallen soll.« Da nun das hübsche Mädchen nach Hause kam, zankte die Mutter sie gewaltig aus, dass sie so spät vom Brunnen wiederkäme. »Ich bitte um Verzeihung, liebe Mutter«, fing das arme Mädchen stammelnd an, und zugleich fielen ihr zwei schöne Rosen, zwei Perlen und zwei große Diamanten aus dem Munde. »Ei, was ist denn das?«, fing die Mutter ganz erstaunt an. »Sieh doch, ich glaube gar, es fallen dir Perlen und Diamanten aus dem Maule. Sag mir doch, wie geht denn dies zu, meine Tochter?« Und dies war zum ersten Male in ihrem Leben, dass sie sie »meine Tochter« nannte. Das gute Kind erzählte ihr darauf ganz unschuldig her, was ihr am Brunnen begegnet war, und spuckte daneben eine gewaltige Menge Diamanten aus. »Meine Treu«, sagte die Mutter, »da muss ich deine Schwester auch hinschicken. Komm her, Frenzle, sieh einmal, was deiner Schwester dafür schöne Sachen aus dem Maule fallen, wenn sie redet. Wäre dir es nicht lieb, wenn du diese Gabe auch hättest? Hör mal, du kannst sie auch kriegen. Du musst nur hingehen und Wasser holen. Und wenn eine arme Frau kommt und einmal trinken will, ihr nur gutwillig einmal zu trinken geben.« »Ei, nun ja, und das wär mir so«, versetzte die Älteste ganz protzig. »Was wird mir schön anstehen, wenn ich da mit dem Kruge auf dem Kopf an den Brunnen gehen und Wasser holen sollte.« »Du sollst aber gehen, ich will's haben«, sagte die Mutter, »und dies den Augenblick.« Und da sie nun sah, dass es nicht anders war, ging sie zwar, aber immer murrend und brummend und nahm die schönste silberne Flasche, die nur im Hause war, dazu. Sobald sie nun an den Brunnen kam, sah sie eine prächtig gekleidete Dame aus dem Holze kommen und sie um einen Trunk Wasser ansprechen. Und das war die nämliche Fee, die zuvor ihrer Schwester erschienen war, die aber jetzt die Gestalt einer Prinzessin angenommen hatte, um zu sehen, wie weit die Bosheit dieses ungezogenen, hochmütigen Mädchens gehen würde. »Ei, nun ja«, versetzte das böse Stück auf die Bitte der Dame, »da hab ich sonst nichts zu tun, als ihr zu schöpfen, und meine schöne silberne Flasche da hab ich auch bloß dazu hergebracht, um die Madame zu bedienen. Doch, meine Talben, sie kann sie nehmen, wenn sie gar zu durstig ist und sich selbst einschöpft.« »Du bist nicht sehr höflich, meine Tochter«, versetzte die Fee, ohne böse zu werden. »Wohl an, da du doch so wenig diensteifrig und gefällig bist, so schenke ich dir zur Gabe, dass dir, wenn du sprichst, bei jedem Worte eine Schlange oder Kröte aus dem Maule gehen soll.« Sie ging wieder heim, und als ihre Mutter sie kommen sah, rufte sie ihr entgegen, »Nun, meine Tochter, wie steht's?« »Ih nun, wie soll's stehen?«, versetzte das Brummeisen und streute zugleich zwei Schlangen und drei Kröten aus. »Ach, das Gott erbarm«, schrie die Mutter, »was ist das? An dem Unglück ist kein Mensch schuld, als ihre gottlose Schwester.« »Warte, du sollst schon dafür kriegen!« Und damit sprang sie hin und wollte die Jüngste prügeln. Das arme Mädchen aber lief aus dem Hause fort und versteckte sich in dem benachbarten Walde. Da fand sie der Sohn des Königs, der eben von der Jagd zurückkam, und da er sah, dass sie schön war, so fragte er sie, was sie denn da so allein machte und was sie zu weinen hätte. »Ach, gnädiger Herr«, versetzte das arme Mädchen, »ich weine darum, weil meine Mutter so schlimm ist und mich aus dem Hause gejagt hat.« Da der Prinz sah, dass ihr unter dem Sprechen immer Perlen und Diamanten aus dem Munde fielen, erstaunte er darüber und fragte sie, »woher denn dies käme?« Sie erzählte ihm darauf das ganze Abenteuer. Da sie so schön und so gut war, verliebte sich der Prinz in sie, und da er nun bedachte, daß sie mit dieser Gabe so reich und noch viel reicher sei als irgendeine andere Prinzessin, die man für ihn wählen könnte, so nahm er sie mit in des Königs seines Vaters Hof und vermählte sich mit ihr. Was aber ihre Schwester betrifft, diese machte sich bei aller Welt so verhaßt, daß auch endlich ihre eigene Mutter sie aus dem Hause jagte. Und nachdem sie weit und breit herumgelaufen war, ohne einen Menschen zu finden, der sie aufnehmen wollte, starb sie endlich Hungers hinter dem Zaune. Ende von Die Feen Gelesen von Hokus Pokus Blaubart von Charles Perrault Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Es war einmal ein Mann, der hatte die schönsten Häuser in der Stadt und auf dem Lande, Gold- und Silberzeug in Menge, kostbare Möbel und vergoldete Karossen, aber unglücklicherweise hatte dieser Mann einen blauen Bart, der ihn so abscheulich häßlich machte, daß, wo er sich nur sehen ließ, Weiber und Mädchen ihm aus dem Wege liefen. Eine vornehme Dame in seiner Nachbarschaft hatte zwei wunderschöne Töchter. Er hielt um eine von beiden an und überließ der Mutter die Wahl, sie möchte ihm geben, welche sie wollte. Aber sie wollte ihm alle beide nicht, und wenn die eine sagte, »Nimm du ihn«, so sagte die andere, »Ei, behalt du doch den Blaubart selbst«. Genug, es konnte sich keine entschließen, einen so häßlichen Mann zu heiraten. Dazu kam auch noch, daß er schon mehrere Weiber gehabt hatte, von denen kein Mensch wußte, wo sie hingekommen waren. Eines Tages nun kam Blaubart hin zu ihnen, um sie näher kennenzulernen, und nahm sie mit ihrer Mutter und drei oder vieren von ihren besten Freundinnen und einigen jungen Leuten aus der Nachbarschaft auf eins von seinen Landhäusern, und sie blieben da ganze acht Tage zusammen. Da wurde nun an nichts gedacht als an Spaziergänge, Jagdpartien, Bälle, Redutten, Dines und Soupets. Kein Mensch tat die ganze Zeit über ein Auge zu, denn man trieb die ganze Nacht Scherz und Kurzweil. Die Sachen gingen so gut, daß endlich die jüngste Schwester den Bart ihres Wirts sogar Blau nicht mehr fand, und daß sie zugab, er sei doch ein recht braver Mann. Mit einem Worte, die Sache wurde richtig, und da sie wieder in die Stadt gekommen waren, machten sie Hochzeit. Nach Verlauf eines Monats sagte Blaubart zu seiner Frau, »Mein Schatz, eine wichtige Angelegenheit nötigt mich, eine Reise zu machen und dich auf sechs Wochen zu verlassen. Lass dir in meiner Abwesenheit die Zeit nicht lang werden, sondern bitte deine guten Freundinnen zu dir, nimm sie mit aufs Land, wenn du willst, und lass dir nichts abgehen.« »Hier«, fuhr er fort, »hast du die Schlüssel zu den beiden Vorratskammern. Diese da sind zu dem Silbergewölbe, der ist zu meinem Geldkasten, wo ich all mein Gold und Silber habe. Dieser hier schließt den Kasten, wo die Juwelen liegen, und dies ist der Kapital zu allen Zimmern. Dieser kleine Schlüssel aber ist zu dem Kabinette, das am Ende der langen Galerie im Parterre liegt. »Du kannst allenthalben hingehen, aber in das kleine Kabinett untersteh' dich nicht, den Fuß zu setzen. Du hast alles von meinem Zorne zu befürchten, wenn du diesem Befehle nicht nachkommst.« Sie versprach, alles, was er ihr gesagt hatte, auf das Pünktlichste zu befolgen, und so umarmte er sie, setzte sich in seinen Wagen und fuhr fort. Die Nachbarinnen und guten Freundinnen warteten nicht, bis die junge Frau sie bitten ließ, sondern Blaubart war kaum fort, als sie die Neugier trieb, einen Besuch bei seiner Frau zu machen, um das schöne Haus und all die kostbaren Sachen zu sehen. Denn solange der Mann zu Hause war, getraute sich keine hinzugehen, weil sie sich alle vor seinem blauen Barte fürchteten. Nun ging es Trepp auf, Trepp ab, durch Stuben und Kammern, von denen immer eine schöner und prächtiger war als die andere. Hierauf gingen sie in die Vorratsgewölbe und gerieten ganz außer sich über die Menge von prächtigen Tapeten, Betten, Sofas, Schränken, Tischen und Spiegeln, in denen man sich vom Kopfe bis zu den Füßen sehen konnte, und die alle prächtiger Rahmen von Glas, Silber und Emaille hatten. Bei jedem neuen Stück, das ihnen in die Augen fiel, priesen sie das Glück ihrer Freundin und beneideten sie wegen ihrer schönen Sachen. Aber sie fand an all den Herrlichkeiten wenig Vergnügen, denn sie konnte vor Ungeduld nicht erwarten, bis sie die Kammer in dem untersten Stockwerk gesehen hätte. Endlich konnte sie ihrer Neugierde nicht länger Gewalt antun, sondern war so unhöflich, von der Gesellschaft wegzulaufen, und nun ging es eine heimliche Treppe hinunter, über Hals und Kopf, so daß sie dreimal mit den Absätzen hängen blieb und beinahe den Hals gebrochen hätte. Da sie an die Türe kam, bedachte sie sich einige Minuten, ob sie ihrem Manne gehorchen oder ob sie sich seinem Zorne aussetzen wollte. Aber die Versuchung war zu stark. Es war ihr unmöglich, Herr darüber zu werden. Sie nahm also den kleinen Schlüssel und zitternd öffnete sie die Türe. Anfänglich sah sie nichts, weil die Fensterladen alle fest, fest zu waren. Aber als sie einige Minuten gewartet hatte, sah sie, daß der Fußboden mit geronnenem Blute bedeckt war. In diesem Blute spiegelten sich die Leichname von mehreren toten Frauen, die der Reihe nach an der Wand hingen. Dies waren alle die Weiber, die Blaubart geheiratet und die er alle nach der Reihe ums Leben gebracht hatte. Nun stelle man sich vor, wie die arme, lebendige Frau erschrak, die schnell den Schlüssel abzog und ihn fallen ließ. Sie hob ihn schnell wieder auf, schloß die Tür zu und ging in ihre Stube, um sich ein wenig zu erholen. Aber sie konnte gar nicht zu sich selbst kommen, so außer sich war sie. Da sie sah, daß der Schlüssel blutig geworden war, wollte sie ihn abwischen. Aber das Blut ging nicht ab. Sie wusch ihn, sie scheuerte ihn mit Sande. Es blieb immer Blut daran, denn der Schlüssel war bezaubert und es war unmöglich, ihn ganz reinzumachen. Wenn das Blut auf der einen Seite weg war, kam es auf der anderen Seite wieder zum Vorscheine. Unglücklicherweise kam Blaubart noch den Abend von seiner Reise zurück und sagte, er habe unterwegs Briefe bekommen und daraus ersehen, daß die Geschäfte, um deren Willen er verreist sei, glücklich geendigt wären. Seine Frau stellte sich über seine unverhoffte Rückkehr gar freudig an, aber den anderen Morgen forderte ihr Blaubart die Schlüssel ab, die sie ihm auch gab, aber mit so zitternder Hand, daß er gleich erriet, was vorgefallen war. »Wie kömmt es denn?« frug er, daß der Schlüssel zum Kabinette nicht dabei ist. »Ich muß ihn etwa eben auf meinem Tische haben liegen lassen,« sagte sie. »Nun,« antwortete Blaubart, »so vergiß nicht, ihn mir hernach zu geben.« Sie schob es zwar von einem Augenblicke zum anderen auf, aber endlich mußte sie doch damit herausrücken. Blaubart sah den Schlüssel an. »Wie kommt denn das Blut daran?« frug er. »Ich weiß es nicht,« antwortete die arme Frau und wurde dabei so blass wie der Tod. »Du weißt es nicht,« war die Antwort, »aber ich weiß es. Du hast also doch Lust bekommen, in das Kabinett zu gehen? Nun wohl, du sollst hineinkommen und den Damen Gesellschaft leisten, die du darin gesehen hast.« Sie warf sich ihrem Gemahl zu Füßen, weinte, bat um Verzeihung und bezeigte die lebhafteste Reue über ihren Ungehorsam. Ihr Kummer und ihre Tränen hätten einen Felsen erweichen können, aber Blaubarts Herz war unempfindlicher als ein Fels. »Ohne Gnade, Madame,« antwortete er, »sie müssen auf der Stelle sterben.« »Ach,« erwiderte sie mit Tränen, »wenn ich denn also sterben muß, so vergönnt mir wenigstens noch einige Augenblicke, um Gott meine Seele zu befehlen und meine Sünden abzubitten.« »Ich gebe dir eine halbe Viertelstunde Zeit,« antwortete er, »aber auch keinen Augenblick länger.« Er ging fort, und da sie nun allein war, rufte sie ihre Schwester und sagte zu ihr, »Schwester Ennchen,« denn so hieß sie, »steig doch geschwind auf den Turm und sieh zu, ob etwa meine Brüder kommen. Sie haben mir versprochen, mich heute zu besuchen, und wenn du sie siehst, so winke ihnen, damit sie eilen.« Schwester Ennchen stieg auf den Turm, und die arme Frau rufte ihr von Zeit zu Zeit zu, »Ennchen, Schwester Ennchen, siehst du noch nichts?« Und Ennchen antwortete, »ich sehe nichts als den Sonnenstaub, ich sehe nichts als das grüne Laub.« Unterdessen stand Blaubart mit einem großen Schlachtermesser unten und schrie aus Leibeskräften, »Komm herunter, oder ich komme hinauf!« »Nur noch einen Augenblick,« antwortete sie, und dann rufte sie wieder ganz leise, »Ennchen, Schwester Ennchen, siehst du noch nichts?« Und Ennchen antwortete, »Ich sehe nichts als den Sonnenstaub, ich sehe nichts als das grüne Laub.« »Komm herunter,« rufte Blaubart noch einmal, »oder ich komme hinauf!« »Ich komme ja schon,« antwortete ihm seine Frau und rief dann wieder leise, »Ennchen, Schwester Ennchen, siehst du noch nichts?« Und Ennchen antwortete, »Ich sehe einen großen, großen Staub dort auf der Straße. Sind es meine Brüder?« »Ach nein, Schwesterchen,« antwortete Ennchen, »es ist eine Herde Schafe.« »Kommst du denn immer noch nicht?« rufte Blaubart zum dritten Mal. »Noch einen Augenblick Geduld,« sagte sie, und dann rufte sie, »Ennchen, Schwester Ennchen, siehst du noch immer nichts?« Und Ennchen antwortete, »Ich sehe zwei Reuter, aber sie sind noch weit, weit.« Und da sie näher kamen, rufte sie, »Gottlob, es sind meine Brüder, ich will ihnen winken, damit sie eilen.« »Nun«, schrie Blaubart zum vierten Male, daß das ganze Haus zitterte, und die arme Frau kam herunter mit verweinten Augen und zerstreuten Haaren. »Das hilft alles nichts«, sagte Blaubart, »Du mußt sterben!« Dann packte er sie mit der einen Hand bei den Haaren und mit der anderen holte er aus, um ihr den Kopf abzuhauen. Die arme Frau wandte sich nach ihm zu, sah ihn mit sterbenden Augen an und beschwor ihn, ihr nur noch einen Augenblick zu schenken, um sich zu sammeln. »Nein, nein«, sagte er, »die Gnadenzeit ist vorbei.« Und dann holte er aus. In diesem Augenblick schlug man stark an die Türe und Blaubart hielt inne. Die Tür öffnete sich und zwei Reuter traten herein mit dem Degen in der Hand und liefen auf Blaubart los. Er erkannte sie für die Brüder seiner Frau, von denen der eine ein Dragoner, der andere von des Königs Leibwache war. Er fand für nicht gut, sie zu erwarten, aber die beiden Brüder verfolgten ihn und holten ihn ein, ehe er die Treppe erreichen konnte. Sie machten kurze Arbeit, stießen ihm den Degen in den Leib und ließen ihn liegen. Die arme Frau war auch beinahe tot und sie hatte nicht so viel Kräfte aufzustehen und ihren Bruder zu umarmen. Es fand sich, dass Blaubart keine Erben hatte und dass also seine Frau in dem Besitz aller seiner Reichtümer blieb. Sie wendete einen Teil davon an, ihre Schwester Ennchen mit einem jungen Edelmanne zu verheiraten, den sie schon seit langer Zeit geliebt hatte. Ferner kaufte sie jedem ihrer Brüder eine Hauptmannsstelle und verheiratete sich endlich selbst an einen sehr rechtschaffenen Mann, bei dem sie die bösen Tage vergaß, die sie mit Blaubart zugebracht hatte. Die Schlafende Schöne Von Charles Perrault Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten keine Kinder und waren darüber gar sehr betrübt. Sie gingen zwar in alle möglichen Bäder, sie sparten keine Gelübde und Geschenke, aber nichts wollte helfen. Endlich wurde die Königin dennoch guter Hoffnung und kam mit einer Tochter nieder. Das war eine Freude. Und um diese Tochter recht glücklich zu machen, bat man alle Feen aus dem ganzen Lande, deren sieben waren, zu Gevatterinnen, damit ihr jede, so wie es damals unter den Feen gewöhnlich war, ein Geschenk machen und die Prinzessin auf diese Weise alle nur möglichen Vollkommenheiten erhalten möchte. Nach der Taufe ging die ganze Gesellschaft in den königlichen Palast, wo man den Feen ein herrliches Gastmahl gab. Jeder legte man ein prächtiges Kuvert auf, mit einem Futeral von gediegenem Golde, in welchem Messer, Gabel und Löffel steckten, alles vom feinsten Golde mit Diamanten und Rubinen besetzt. Da sich die ganze Gesellschaft schon zu Tische gesetzt hatte, öffnete sich die Tür und eine alte Fee trat herein, die nicht eingeladen worden war, weil sie nun seit länger als 50 Jahren nicht mehr ausging und weil man glaubte, sie wäre in ihrem Turm gestorben oder festgezaubert. Der König ließ auch ihr ein Kuvert auflegen, aber es war unmöglich, ihr ein goldenes Gesteck zu geben, wie den anderen, weil er nur sieben für die sieben Feen hatte machen lassen. Die Alte glaubte, es geschehe ihr zum Affront und murmelte etwas zwischen den Zähnen. Eine junge Fee, die neben ihr saß, hörte es und vermutete gleich, dass sie der kleinen Prinzessin irgendein schlimmes Geschenk machen würde. Sie versteckte sich daher nach aufgehobener Tafel hinter der Tapete, um ihr Geschenk zuletzt zu geben und allenfalls das Böse wieder gut zu machen, welches die Alte dem Kinder antun dürfte. Hierauf fingen die Feen an, der Prinzessin zu schenken. Die Jüngste verlieh ihr vollkommene Schönheit, die Zweite verstand wie ein Engel, die Dritte Reiz und Anmut in allem, was sie vornehme, die Vierte das Talent schön zu tanzen, die Fünfte wie eine Nachtigall zu singen, die Sechste alle Arten von Instrumenten auf das Vollkommenste zu spielen. Als die Reihe an die Alte kam, schüttelte sie mit dem Kopf und sagte, die Prinzessin solle sich mit einer Spindel in die Hand stechen und daran sterben. Die ganze Gesellschaft erschrak über dieses schreckliche Geschenk und sie weinten insgesamt wie die Kinder. Aber in dem Augenblicke trat die junge Fee hinter der Tapete hervor und sagte ganz laut zu dem Könige und der Königin, gebt euch zufrieden, eure Tochter wird nicht sterben. Es steht zwar nicht in meiner Gewalt die boshafte Absicht, dieser alten Gans zu vereiteln, Die Prinzessin wird sich mit einer Spindel in die Hand stechen, aber statt zu sterben wird sie in einen tiefen Schlaf fallen, aus welchem sie nach Verlauf von hundert Jahren durch den Sohn eines Königs aufgeweckt wird. Zum Überflüsse ließ der König einen Befehl bekannt machen, durch welchen er jedermänniglich verbot, an der Spindel zu spinnen oder nur eine Spindel im Hause zu haben, bei Lebensstrafe. Eines Tages, da die Prinzessin schon etwa fünfzehn oder sechzehn Jahre alt war, begaben sich der König und die Königin auf eines ihrer Lustschlösser. Und da trug es sich zu, daß die Prinzessin im ganzen Hause, Treppauf, Treppab, aus einer Stube in die andere lief und endlich auch in ein kleines Dachstübchen oben im Turme kam, wo sie ein altes Mütterchen fand, die saß und sponnen. Das alte Mütterchen hatte in ihrem Dachstübchen von dem Befehl des Königs kein Wörtchen erfahren. »Was macht ihr denn da?« frug die Prinzessin. »Ih, da spinne ich, schönes Kind«, versetzte die Alte, die die Prinzessin nicht kannte. »Ach, das ist ja allerliebst«, antwortete diese. »Laßt mal sehen, wie ihr es macht. Ich will doch sehen, ob ich es nachmachen kann.« Die Alte gab ihr die Spindel und wie sie dieselbe in die Hand nahm, stach sie sich damit, denn sie war etwas lebhaft und flatterig und überdies war es der Wille der Fee, daß es so geschehen mußte. Sie stach sich also und sank ohnmächtig nieder. Die Alte war vor Schreck außer sich und schrie nach Hilfe. Man eilte von allen Seiten herbei, man spritzte der Prinzessin Wasser ins Gesicht, man löste ihr die Schnürbrust auf, man rieb ihr Hände und Schläfen mit starken Wassern. Alles war umsonst, sie kam nicht wieder zu sich. Der König war indes auch herangekommen und erinnerte sich der Prophezeiung der Feen. Und da er wohl einsah, daß man sich dem Wille der Feen nicht widersetzen konnte, so ließ er die Prinzessin in das schönste Zimmer des Palastes tragen und auf ein prächtiges, mit Gold und Silber durchwebtes Bett legen. Sie war schön wie ein Engel, denn die Ohnmacht hatte ihrer Farbe nichts von ihrem Glanze entzogen. Ihre Wangen blühten wie Rosen und ihre Lippen wie Korallen. Nur die Augen hatte sie geschlossen, aber man hörte sie leise atmen und sah daraus wohl, daß sie nicht tot war. Der König befohl, sie ruhig schlafen zu lassen, bis die Stunde ihres Erwachens gekommen wäre. Die gute Fee, die ihr das Leben gerettet hatte, indem sie sie zu einem hundertjährigen Schlafe verdammte, befand sich eben in dem königreiche Matakar, zwölftausend Meilen von dem Orte, wo sich diese Begebenheit zutrug, aber sie erhielt in wenigen Augenblicken durch ihren Zwerg Nachricht davon, der sieben Meilenstiefel anhatte. Dies waren Stiefel, mit denen man auf jeden Schritt sieben Meilen machte. Die Fee reiste nun auf erhaltene Nachricht sogleich ab und kam in weniger als einer Stunde auf einem feurigen, mit Drachen bespannten Wagen an. Der König reichte ihr die Hand und hob sie aus dem Wagen. Sie billigte alles, was er getan hatte, aber bei ihrer außerordentlichen Vorsicht fiel ihr ein, daß, wenn die Prinzessin aufwachte und sich in dem alten Schlosser allein fände, sie in große Verlegenheit geraten würde. Sie fand auch dafür ein Mittel. Sie berührte außer dem Könige und der Königin alles mit ihrem Zauberstabe, die Oberhofmeisterin, die Hofdamen, die Kammerfrauen, Kammerherren, Offiziere, Haushofmeister, Köche, Küchenjungen, Schweizer, Pagen und Lakaien. Sie berührte auch alle Pferde im Marschstalle samt den Reitknechten, die Hofhunde und den kleinen Mimi, das Schoßhündchen der Prinzessin, das neben ihrem Bette lag. So, wie sie etwas berührte, schlief es ein, um zugleich mit der Prinzessin wieder aufzuwachen und sie zu bedienen, wenn sie etwas nötig hätte. Auch die Bratspieße in der Küche, die voll Rebhühner und Fasanenstarken, schliefen ein, und auch das Feuer schlief ein. Alles das geschah in einem Augenblick, denn die Feen machen in allem, was sie tun, kurzes Federlesen. Hierauf küßten König und Königin ihre Tochter noch einmal, ohne dass sie davon aufwachte, verließen das Schloß und geboten durch ein Edikt, das sich niemand demselben nähern sollte. Aber auch dieses Verbot war unnötig, denn in weniger als einer Viertelstunde wuchs rund um das Schloß eine so große Menge Bäume und Sträucher, Dornen und Disteln, und diese waren alle so ineinander verflochten, dass weder Menschen noch Vieh durchspazieren konnte. Nur noch die Turmspitzen guckten heraus und auch die sah man nur in einer ziemlichen Entfernung. Man hatte allen möglichen Grund zu glauben, dass auch dies ein Werk der Fee sei, damit die Prinzessin während ihres Schlafes nichts von neugierigen Leuten zu fürchten hätte. Nach Verlauf von hundert Jahren ging der Sohn des regierenden Königs, der aus einer anderen Familie war, als die schlafende Prinzessin auf die Jagd. Und da es sich traf, dass er in die Gegend des Waldes kam, wo das Schloss lag, frug er, was das für Türme wären, die aus dem Dickicht des Waldes hervorragten. Jeder antwortete ihm, so gut er konnte, und was er selbst davon gehört hatte. Der eine sagte, es wäre ein altes Schloss, worin es spukte, der andere, es wäre der Sammelplatz aller Zauberer aus dem ganzen Lande. Die gemeinste Meinung aber war, daß ein Popanz darin wohne, der alle kleinen Kinder raubte, die ihm in den Wurf kämen, und sie dort ruhig verzehrte, weil ihm niemand nachfolgen könne und er allein den Weg durch das dicke Gebüsch wußte. Endlich aber nahm ein alter Bauer das Wort und sagte zu dem Prinzen, »Durchlauchtigster Prinz, es ist nun länger als fünfzig Jahre, daß ich meinen Vater habe sagen hören, es läge in diesem Schlosse eine wunderschöne Prinzessin, welche hundert Jahre schlafen und dann von einem Prinzen aufgeweckt werden sollte, dem sie bestimmt wäre.« Als der Prinz dieses hörte, geriet er in Feuer und Flamme und zweifelte keinen Augenblick, daß er bestimmt sei, dieses schöne Abenteuer zu bestehen. Er beschloß, sich auf der Stelle näher davon zu unterrichten. Er näherte sich dem Gebüsche und bei jedem Schritte, den er tat, machten ihm die Dornen und Disteln von selbst Platz und ließen ihn durch. So kam er endlich an das Schloß, welches er an dem äußersten Ende einer langen Allee liegen sah. Keiner von seinen Leuten hatte ihm folgen können, weil die Bäume und Sträucher es ihnen nicht erlaubt hatten, sondern immer näher zusammengerückt waren. Ungeachtet er sich ein wenig hierüber wunderte, so setzte er dennoch seinen Weg weiter fort, denn einem jungen und verliebten Prinzen fehlt es niemals am Mute. Er kam hierauf in einen großen Vorhof, wo ihm doch beinahe der Mut vergangen wäre. Allenthalben herrschte das schrecklichste Stillschweigen, allenthalben sah man das Bild des Todes. Eine Menge von Körpern, von Menschen und Tieren lagen hier ausgestreckt. Er hielt sie anfänglich für tot, aber an den kupfrigen Nasen der Schweizer und ihren roten Gesichtern sah er, daß sie nur schliefen. Und aus den Gläsern, die neben ihnen standen und in welchen sich noch einige Tröpfchen befanden, sah er, daß sie während des Trinkens eingeschlafen waren. Er kam hierauf in einen anderen großen Hof, der mit Marmor gepflastert war. Er stieg die Treppe hinauf und kam in den Wachsaal, wo die Garten in einer Reihe standen, die Karabiner auf den Schultern hatten und laut schnarchten. So ging er durch mehrere Zimmer, in denen er eine Menge Herren und Damen fand, die alle schliefen, einige sitzen, andere stehend. Endlich kam er in das schönste Zimmer, das über und über vergoldet war. Hier sah er auf einem Bette, dessen Vorhänge auf allen Seiten offen waren, das schönste Schauspiel von der Welt, eine Prinzessin von etwa fünfzehn oder sechzehn Jahren, die in ihrem Gesicht etwas Zärtliches und Verklärtes zu haben schien. Zitternd und voller Bewunderung näherte er sich ihr und sank neben dem Bette auf die Knie. In diesem Augenblick endigte sich die Verzauberung. Die Prinzessin wachte auf und sah ihn mit so zärtlichen Augen an, als hätte sie ihn schon lange gesehen. »Sind Sie es, mein Prinz?« sagte sie zu ihm. »Sie haben lange auf sich warten lassen.« Der Prinz war entzückt über diese Worte und noch mehr über die Art, mit der sie sie vorbrachte. Er wusste gar nicht, wie er ihr seine Freude und Erkenntlichkeit zeigen sollte. Er versicherte also, dass er sie mehr als sich selbst liebte. Seine Worte waren schlecht gesetzt, aber sie gefielen der Prinzessin nur um desto mehr, denn je verliebter man ist, desto unbereter ist man. Er war überhaupt in weit größerer Verlegenheit als sie, und das ging auch sehr natürlich zu, denn sie hatte Zeit genug gehabt, über ihre Rede nachzudenken, und es ist sehr wahrscheinlich, obgleich die Geschichte nichts davon sagt, dass die gute Fee sie die ganze Zeit über mit angenehmen Träumen unterhalten habe, um ihr den langen Schlaf zu verkürzen. Und in der Tat hatte sie diese Zeit so gut angewandt, dass sie vier Stunden lang miteinander sprachen, ohne sich auch nur die Hälfte von dem gesagt zu haben, was sie sich zu sagen hatten. Indessen war zugleich mit der Prinzessin alles im Schlosse aufgewacht. Jedes war wieder an seine Arbeit gegangen, und da sie nicht alle verliebt waren, so fühlten sie einen erschrecklichen Hunger. Die Hofdame, welche den Dienst hatte und ebenso hungrig war wie die anderen, sagte der Prinzessin einmal über das andere, die Suppe wäre aufgetragen. Der Prinz half ihr endlich vom Bette auf. Sie war ganz angezogen und in den reichsten Kleidern, aber er sagte ihr freilich nicht, dass sie in der Zeit etwas altmodisch geworden wären. Denn sie hatte noch einen hohen, steif stehenden Kragen, wie seine Urgroßmutter getragen hatte. Sie war indes nicht weniger schön. Sie gingen nun zusammen in den Spiegelsaal und setzten sich zur Tafel, wobei die Hofbedienten der Prinzessin aufwarteten. Während der Mahlzeit wurde Musik gemacht, und die Kapelle spielte einige Stücke, die vortrefflich waren, ob man sie gleich seit hundert Jahren nicht mehr gespielt hatte. Nach aufgehobener Tafel traute sie der Hofkaplan in der Schlosskirche, und die Hofdamen brachten die Prinzessin zu Bette. Sie schliefen wenig, denn die Prinzessin hatte des Schlafes nicht nötig, und der Prinz stand bei Anbruch des Tages auf und kehrte nach der Stadt zurück, wo sein Vater wegen seines Ausbleibens in großer Angst war. Der Prinz gab vor, sich auf der Jagd in dem Walde verirrt zu haben, und da habe ihn ein Köhler in seine Hütte aufgenommen und mit schwarzem Brode und Käse bewirtet. Der König war ein sehr guter Mann und glaubte es, aber die Königin war so leicht nicht zu bereden, und da sie sah, dass er fast alle Tage auf die Jagd ging und immer eine Ausflucht hatte, wenn er in zwei oder drei Nächten nicht nach Hause gekommen war, so schöpfte sie Verdacht und fiel auf die Vermutung, er müsse irgendwo ein Liebken haben, denn er lebte länger als zwei Jahre mit der Prinzessin auf diesem Fuße, und sie schenkte ihm zwei Kinder, von denen sie das erste, welches ein Mädchen war, Prinzessin Morgenrot, und das zweite einen Sohn, Prinz Tag, nannten, weil er noch schöner war als seine Schwester. Die Königin, um ihren Sohn zum Geständnisse zu bringen, sagte mehrmalen zu ihm, daß man sein Leben genießen müsse und daß man sich seiner Schwachheit in gewissen Punkten nicht zu schämen habe, aber er wagte es nicht, ihr sein Geheimnis anzuvertrauen, denn er fürchtete sie, so sehr er sie auch liebte, weil sie aus einer Popanzenfamilie war. Sein Vater hatte sie bloß mit ihrer ungeheuren Reichtümer wegen geheiratet. Man sagte sich auch am Hofe ins Ohr, daß sie alle Begierden der Popanze hätte, und wenn sie kleine Kinder vorbeigehen sähe, sich kaum enthalten könnte, sie zu fressen. Darum wollte ihr der Prinz nichts sagen. Aber da der König nach Verlauf von zwei Jahren gestorben war und der Prinz nun freie Hände bekam, deklarierte er seine Heirat und holte seine Gemahlin mit großen Zeremonien aus ihrem Schlosse. Sie zog mit vielem Pompe in die Hauptstadt ein und hatte ihre beiden Kinder bei sich. Kurze Zeit darauf bekriegte ihr Gemahl den Kaiser Cantalabutte, seine Nachbarn. Die Verwaltung des Reichs überließ er seiner Mutter und empfahl ihr seine Gemahlin und Kinder auf das Dringendste. Er mußte den ganzen Sommer über ausbleiben, und sobald er abgereist war, schickte seine Mutter ihre Schwiegertochter und ihre Enkel in ein entlegenes Landhaus mitten im Walde, um dort ihren abscheulichen Gelust besser befriedigen zu können. Einige Tage darauf folgte sie ihnen selbst nach, ließ vor Schlafengehen ihren Haushofmeister zu sich kommen und sagte ihm, »Morgenmittag will ich die kleine Morgenrot speisen.« »Um Gottes Willen, Ihre Majestät!« ruf der Haushofmeister. »Ohne Widerrede«, versetzte die Königin. Sie sagte dies mit dem Tone eines Wehrwolfs, der nach frischem Fleisch gelüstet. »Und zwar will ich sie in einer sauren Zwiebelbrühe essen.« Der arme Mann, der wohl sah, daß die Königin über diesen Punkt keinen Spaß verstand, nahm sein großes Messer und ging in die Kammer der kleinen Morgenrot. Sie war damals vier Jahre alt und sprung ihm lächelnd an den Hals und bat ihn um Zuckerwerk. Er fing an zu weinen, das Messer fiel aus der Hand. Er begab sich in den Hof und schnitt einem jährigen Lamm die Gurgel ab und machte eine so gute Brühe daran, daß ihm die Königin sagte, sie hätte Zeit ihres Lebens so etwas Gutes nicht gegessen. Zu gleicher Zeit hatte er die kleine Morgenrot mitgenommen und sie seiner Frau gegeben, um sie in einer geheimen Kammer zu verbergen, welche er unten im Schlosse hatte. Acht Tage darauf sagte die Königin wieder zu ihrem Haushofmeister, »Ich will morgen Abend den kleinen Tag essen.« Er antwortete nichts, sondern beschloss, sie wie das erste Mal zu betrügen. Hierauf ging er zu dem kleinen Tag, der eben ein Rapier in der Hand hatte und sich mit einem großen Affen herumfocht und gleichwohl war er erst drei Jahre alt. Er brachte ihn auch seiner Frau, um ihn zu der kleinen Morgenrot zu tun und statt des kleinen Tags tischte er der Königin ein junges zartes Reh auf, das sie außerordentlich gut fand. Bis dahin ging alles gut. Aber eines Tages sagte die Königin wieder zu ihrem Haushofmeister, »Morgen will ich die Königin essen, und zwar in derselben Brühe wie ihre Kinder.« Diesmal geriet der arme Haushofmeister in eine wahre Verzweiflung, weil er nicht wußte, wie er sie betrügen sollte. Die junge Königin war, ohne die hundert Jahre, die sie verschlafen hatte, etwas über zwanzig Jahre alt. Ihre Haut war etwas hart, obgleich weiß und schön. Und wo sollte er in dem ganzen Tiergarten ein Tier finden, das ihr gliche? Er faßte also den Entschluss, der Königin ohne Barmherzigkeit die Kehle abzuschneiden, um sein eigenes Leben zu retten, und begab sich in dieser Absicht in ihr Zimmer. Er suchte sich, so viel es ihm möglich war, in Wut zu setzen und trat mit dem Dolche in der Hand in das Zimmer der jungen Königin. Indessen konnte er es doch nicht über das Herz bringen, sie so sehr zu überraschen, sondern überbrachte ihr den Befehl ihrer Schwiegermutter mit dem größten Respekte. Wohl an, sagte sie und reckte ihm den Hals hin, vollbringt den Befehl, den man euch gegeben hat, ich werde meine Kinder wiedersehen, meine armen Kinder, die ihr raub geworden sind, die ich so sehr liebte. Denn sie hielt sie für tot, weil sie ihr heimlich entführt worden waren. Nein, nein, Madame, antwortete der arme Haushofmeister gerührt, sie sollen nicht sterben und sollen ihre Kinderchen doch wiedersehen. Ich will die Königin noch einmal betrügen und ihr eine junge Hirschkuh an ihrer Stelle auftischen. Er führte sie hierauf in die Kammer, wo ihre Kinder waren, die ihr um den Hals fielen, und er ließ sie hier, um eine Hirschkuh zurecht zu machen, die die Alte auch mit dem größten Appetite aß, als wenn es die junge Königin selbst gewesen wäre. Sie freute sich innerlich ihrer Grausamkeit und machte sich gefaßt, dem Könige bei seiner Rückkehr zu sagen, daß seine Gemahlin und seine beiden Kinder von den Wölfen gefressen worden wären. Als sie aber eines Abends in den Höfen des Schlosses umher schlich, um ihrer Gewohnheit nach frisches Menschenfleisch auszustöbern, hörte sie unten im Saale den kleinen Tag weinen, dem seine Mutter die Rute geben wollte, weil er unartig gewesen war, und zugleicher Zeit hörte sie auch, daß die kleine Morgenrot für ihren Bruder um Verzeihung bat. Die Königin erkannte die Stimme ihrer Schwiegertochter und ihrer Enkel und geriet in Wut, weil sie sich betrogen sah. Sie befohl sogleich den anderen Morgen mit einer fürchterlichen Stimme, vor welcher alles zitterte, eine große Kufe in den Hof zu bringen und sie mit Kröten, Schlangen und Ottern anzufüllen, um die Königin, ihre Kinder, den Haushofmeister, seine Frau und seine Magd hineinzuwerfen. Sie hatte Befehl gegeben, sie mit gebundenen Händen herbeizuführen. Die Henker waren schon in Begriffe, sie in die Kufe hinein zu stürzen, als der König, den man sobald nicht erwartet hatte, in den Hof geritten kam. Er war ganz erstaunt über das Schauspiel, zu welchem er hier kam und frug, was es bedeuten solle. Niemand wagte es ihm Auskunft darüber zu geben, als seine Mutter sich wütend in die Kufe stürzte und sogleich von den giftigen Tieren aufgefressen wurde. Der König betrübte sich darüber, denn sie war seine Mutter, aber er tröstete sich bald in den Armen seiner schönen Gemahlin und seiner liebenswürdigen Kinder. Ende von Die schlafende Schöne Gelesen von Hokus Pokus Die gestiefelte Katze von Charles Perrault Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Müller hinterließ bei seinem Absterben seinen drei Söhnen nichts weiter als seine Mühle, seinen Esel und seine Katze. Die Teilung war bald gemacht und man brauchte weder Gerichtsschreiber noch Advokaten dazu, die von dieser kleinen Erbschaft gewiß nichts übrig gelassen hätten. Der älteste Sohn bekam die Mühle, der zweite den Esel und der jüngste die Katze. Der letzte war mit seinem kleinen Erbteil wenig zufrieden. Meine Brüder, sprach er, können ihr Leben auf eine gute Art hinbringen, wenn sie beide gemeinschaftliche Sache machen. Aber wenn ich meine Katze verzehrt und mir einen Muff aus ihrem Fälle gemacht habe, so bleibt mir nichts übrig, als Hungers zu sterben. Die Katze hörte diese Rede aufmerksam mit an und sagte mit einem gesetzten und ernsthaften Wesen zu ihrem Herrn, lieber Herr, bekümmert euch nicht so sehr, gebt mir nur einen Sack und lasst mir ein paar Stiefelchen machen, damit ich in den Wald gehen kann, und ihr werdet finden, dass ihr Der arme Müllers Sohn rechnete nun zwar nicht sehr auf diese Versprechungen, indes wußte er, daß seine Katze gar sehr schlau war und die Ratten und Mäuse mit mancherlei List übertölpelte, und so hegte er einige Hoffnung, daß sie ihm vielleicht in seinem Unglück nützlich sein könnte. Er gab ihr also, was sie verlangte, und sie zog mutig ihre Stiefelchen an, hing den Sack an ihren Hals, nahm die Riemen in ihre Vorderpfoten und marschierte so auf einen Berg, wo es eine große Menge Kaninchen gab. Sie steckte Kohl und Kleien in ihren Sack, streckte sich aus, als wäre sie tot, und wartete, daß ein Junges mit der List der Welt unbekanntes Kaninchen hineingriechen sollte, um den Kohl darin zu fressen. Sie durfte nicht lange warten, kaum hatte sie sich hingelegt, so kroch ein junges unbedachtsames Kaninchen in den Sack. Die Katze zog sogleich die Riemen zu, packte und würgte es ohne Umstände. Nun ging sie stolz auf ihre Beute zum Könige und bat um Audienz. Man ließ sie in das Gemach seiner Majestät, wo sie einen tiefen Bückling machte und sagte, ich bringe eurer Majestät hier ein Kaninchen, welches der Herr Graf von Karabas, diesen Namen fand sie für gut ihrem Herrn zu geben, mir aufgetragen hat, ihnen zu überreichen. Sage deinem Herrn, antwortete der König, daß ich ihm danke. Ein andermal ging die Katze ins Korn mit ihrem offenen Sacker am Halse, zwei Rebhühner krochen hinein. Sie zog die Riemen zu und fing sie alle beide. Hierauf ging sie wieder zum Könige und brachte sie ihm wie das Kaninchen. Der König nahm auch die beiden Rebhühner gnädig an und ließ ihr ein Trinkgeld geben. So fuhr die Katze zwei oder drei Monate fort, dem Könige immer von Zeit zu Zeit Wildbrett aus dem Forste ihres Herrn zu bringen. Als sie nun eines Tages erfuhr, dass der König mit seiner Tochter, die eine wunderschöne Prinzessin war, eine Spazierfahrt am Ufer des Flusses machen wollte, sagte sie zu ihrem Herrn, wenn ihr heute meinen Rat befolgen wollt, so ist euer Glück gemacht. Badet euch in dem Flusse an der Stelle, die ich euch zeigen werde, und dann lasst mich nur machen. Der Graf von Karabas tat, was ihm seine Katze riet, ohne zu wissen warum. Als er sich badete, kam der König vorbei, und die Katze schrie aus Leibes Kräften, Hilfe, Hilfe, der Herr Graf von Karabas ersäuft. Auf dieses Geschrei steckte der König den Kopf zum Wagen heraus und erkannte die Katze, die ihm so oft Wildbrett gebracht hatte, und befahl seiner Leibwache, dem Herrn Grafen beizuspringen. Unterdessen man ihn nun aus dem Flusse zog, näherte sich die Katze dem Wagen und sagte dem Könige, dass während ihr Herr sich gebadet, Diebe gekommen und ihm seine Kleider gestohlen hätten, ob sie gleich aus allen Kräften um Hilfe gerufen. Aber sie hatte sie weißlich unter einem großen Steine versteckt, um sie nicht sehen zu lassen. So gleich befohl der König seinem Bedienten, das schönste Kleid aus seiner Garderobe für den Herrn Grafen Karabas zu holen. Der König erzeigte ihm alle nur möglichen Höflichkeiten. Da nun die schönen Kleider, die er jetzt bekam, ihm sehr wohl standen, denn er war von Natur schön und wohl gebaut, so fand ihn die Prinzessin sehr nach ihrem Geschmack. Und da sie der Graf von Karabas einige Mal ebenso zärtlich als ehrfurchtsvoll angeblickt hatte, wurde sie verliebt in ihn bis über die Ohren. Der König bot ihm seinen Wagen an und er suchte ihn an seiner Promenade teilzunehmen. Die Katze war außer sich vor Vergnügen, da sie sah, daß ihre List wohl gelang und lief voraus. Und da sie einige Bauern antraf, die eine Wiese mähten, sagte sie zu ihnen, ihr guten Leute, wenn ihr dem Könige nicht sagt, daß die Wiese, die ihr hier mäht, dem Herrn Grafen von Karabas gehört, so werdet ihr in Kochstücke zerhackt, das will ich euch nur sagen. Da nun der König kam, frug er die Mäher, wem die Wiese gehörte, die sie mähten, dem Herrn Grafen von Karabas, antworteten sie alle einmütig, denn die Drohung hatte ihnen Bange gemacht. Sie haben hier eine schöne Besitzung, Herr Graf, sagte der König. Wie ihre Majestät sehen, antwortete der Graf, diese Wiese trägt alle Jahre eine artige Summe ein. Die Katze lief immer voraus und traf Schnitter an. Zu denen sagte sie wieder, ihr guten Schnitter, wenn ihr dem Könige nicht sagt, dass das Feld, das ihr schneidet, dem Herrn Grafen von Karabas gehört, so werdet ihr in Kochstücke zerhackt werden, das will ich euch nur wem alles das Getreide gehörte. Dem Herrn Grafen von Karabas antworteten die Schnitter und der König freute sich darüber. Die Katze lief immer vor dem Wagen voraus und sagte immer dasselbe zu allen, die ihr begegneten und der König ward ganz erstaunt über die vielen Güter des Herrn Grafen von Karabas. Endlich kam die Katze in ein schönes Schloss, das einem Popanz gehörte, der ganz unmäßig reich war, denn das ganze Land, wodurch der König gekommen war, gehörte zu diesem Schlosse. Die Katze erkundigte sich sorgfältig, wer dieser Popanz wäre und worin seine Kräfte bestünden und bat dann, um die Erlaubnis ihm aufwarten zu dürfen. Da sie vor ihn kam, sagte sie, sie habe sein Schloss nicht so nahe vorbeikommen zu haben, ihm ihren Respekt zu zeigen. Der Popanz nahm sie mit aller Höflichkeit auf, deren nur ein Popanz fähig ist und ließ sie niedersetzen. Man hat mich versichern wollen, hub die Katze hier an, dass sie die Gabe besessen, gnädiger Herr, sich in alle Arten von Tieren zu verwandeln, dass sie zum Beispiel die Gestalt eines Löwen oder Elefanten annehmen könnten. Das ist auch wahr, antwortete der Popanz, und um es dir zu beweisen, will ich mich gleich in einen Löwen verwandeln. Die Katze tat ganz erschrocken, da sie einen Löwen vor sich stehen sah und kletterte auf die Dachrinne, mit großer Mühe und Gefahr, weil sie Stiefel anhatte, mit denen sich nicht gut auf den Ziegel marschiert. Als aber der Popanz seine Löwengestalt abgelegt hatte, kam sie Sie wäre in Todesangst gewesen. Man hat, fuhr sie fort, noch über dieses Sagen wollen, was ich aber kaum glauben kann, daß sie auch die Kraft besäßen, die Gestalt der kleinsten Tiere anzunehmen, zum Beispiel sich in eine Ratte oder Maus zu verwandeln. Ich will Ihnen gestehen, daß ich dies für ganz unmöglich halte. Für unmöglich, versetzte der Popanz, wir wollen sehen, und in dem Augenblicke verwandelte er sich in eine Maus und lief auf dem Fußboden hin und her. Sobald ihn die Katze in dieser Gestalt sah, fuhr sie auf ihn zu, haschte und fraß ihn. Unterdessen war der König an dies schöne Schloss gekommen und wollte es inwendig sehen. Die Katze hörte den Wagen über die Zugbrücke Rollen, lief ihm entgegen und sagte zu dem Könige, euer Majestät sei willkommen in dem Schloss des Herrn Grafen von Karabas. Wie, Herr Graf, rief der König, auch dieses Schloss gehört Ihnen. Ich habe in meinem Leben noch nichts Schöneres gesehen, als diesen Hof und die Gebäude, die ihn einschließen. Ich will doch mit ihrer Erlaubnis auch das Inwendige besehen. Der Graf reichte der Prinzessin die Hand, hob sie aus dem Wagen und folgte dem Könige. Sie gingen hierauf in einen großen Saal, wo sie ein prächtiges Gastmahl fanden, das der Popanz für seine Freunde hatte zurichten lassen, die nicht hineinzugehen wagten, weil sie den König hatten kommen sehen. Der König war über die guten Eigenschaften des Vaga in ihn vernarrt, und da der König sah, dass er so reich war, sagte er zu ihm, nachdem er fünf oder sechs Pokale ausgelehrt hatte, es kommt nur auf sie an, Herr Graf, ob sie mein Schwiegersohn werden wollen. Der Graf machte einen großen Bückling und nahm von Herzen die angebotene Ehre an, und er wurde noch an dem selben Tag mit der Prinzessin getraut. Meister Kater wurde ein großer Herr und fing nun keine Mäuse mehr, als nur manchmal aus Liebhaberei und zum Spaße. Ende von Die gestiefelte Katze gelesen von Hokus Pokus Fräulein Aschenbrödel oder das Glaspantöffelchen von Charles Perrault Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Es war einmal ein Edelmann, dem starb seine Frau, und er heiratete eine andere, die hochmütig und eitel war. Sie hatte zwei Töchter, die waren ebenso und glichen ihr auch sonst in allen Stücken. Der Mann hatte seinerseits auch eine Tochter, die war aber ein gar sanftes und gutes Kind. Sie hatte dies Temperament von ihrer Mutter geerbt, die auch eine gar gute Frau gewesen war. Kaum war die Hochzeit vorbei, so ließ die Mutter ihre üble Laune an ihrer Stieftochter aus. Die guten Eigenschaften dieses Kindes waren ihr unausstehlich, weil der boshafte Charakter ihrer eigenen Töchter so sehr damit abstach. Sie ließ sie also die niedrigsten Geschäfte im Hause tun. Sie mußte aufwaschen, die Treppe scheuern und die Zimmer der gnädigen Mama und ihrer Fräuleins Schwester Fäden. Sie schlief auf dem Oberboden auf einem elenden Strohsacke, während ihre Schwestern in tapezierten Kammern schliefen, wo sie die schönsten, modischsten Betten und die prächtigsten Spiegel hatten. Das arme Mädchen trug dies alles mit einer unbeschreiblichen Geduld und wagte es nicht, sich bei ihrem Vater zu beklagen, wo sie doch nur von Neuem Geschmältes bekommen hätte, denn die böse Frau vermochte alles über ihn. Wenn sie mit ihrer Arbeit fertig war, setzte sie sich in den Winkel des Kamins, in die Asche, darum nannte man sie im ganzen Hause nur Aschenbrödel. Indessen war Aschenbrödel in ihren schlechten Kleidern dennoch hundertmal schöner als ihre Schwestern, wenn sie auch noch so prächtig angezogen waren. Eines Tages gab der Sohn des Königs einen Ball und lud alle Leute von Stande dazu ein. Die beiden Fräulein wurden auch gebeten, denn sie machten große Figur in der Gegend. Man kann leicht denken, dass sie eine große Freude darüber hatten und an nichts anderes dachten, als was sie für Kleider anziehen und wie sie sich aufsetzen sollten, um recht schön zu sein. Für Aschenbrödel gab es dabei auch etwas zu tun, denn sie mußte ihren Man sprach die ganze Zeit über von nichts als von dem bevorstehenden Balle. Ich, sagte die Älteste, ziehe mein rotsamtenes Kleid mit der englischen Garnitur an, und ich, sagte die Jüngere, ziehe meinen Alltagsrock an, aber dafür tu ich den Mantel mit den goldenen Blumen um und binde mein Steinband in die Haare, das auch nicht schlecht ist. Man schickte nach der besten Putzmacherin, um ihnen die neumodischsten Hüte zu bringen, und sie suchten die schönsten Bänder und Spitzen aus. Dabei frugen sie immer Aschenbrödel um Rat, denn sie hatte einen sehr guten Geschmack. Aschenbrödel riet ihnen auf das Beste und bot ihnen an, sie selbst aufzusetzen, was sie mit vielem Vergnügen annahmen. Während sie nun damit beschäftigt waren, sie aufzusetzen, sagten sie zu ihr, Aschenbrödel möchtest du wohl mit Ach, gnädige Fräulein, sie scherzen, erwiderte Aschenbrödel, ich darf daran nicht denken. Du hast recht, antworteten sie, man sollte schön lachen, wenn eine Aschenbrödel auf den Ball käme. Jede andere würde sie krumm und schief aufgesetzt haben, aber Aschenbrödel hatte ein viel zu gutes Herz und machte sie recht schön zurecht. Sie hatten vor großer Freude beinahe in zwei Tagen keinen Bissen gegessen und hatten fast ein Dutzend Schnürbänder zerrissen, weil sie sich eine recht schmale Talie machen wollten. Von Morgen bis in die Nacht standen sie vor dem Spiegel. Endlich kam der glückliche Tag. Sie fuhren fort und Aschenbrödel sah ihnen so weit nach, als sie konnte. Da sie sie nun nicht mehr sah, fing sie an zu weinen. Ihre Pate, die sie weinen sah, frug, was sie vorhätte. Ich möchte gern, ach, ich möchte gern. Sie konnte es vor Weinen nicht aussagen. Da sagte ihre Pate, die eine Fee war, du möchtest wohl gern mit auf den Ball gehen, nicht wahr? Ach ja, antwortete Aschenbrödel mit einem tiefen Seufzer. Nun wohl, sagte die Pate, weil du eine so gute Tochter bist, sollst du hingehen. Sie führte sie hinauf in ihre Kammer und sagte zu ihr, gehe in den Garten und hole dir eine Melone herauf. Aschenbrödel ging sogleich in den Garten und holte die schönste, die sie finden konnte und brachte sie ihrer Pate. Aber sie konnte gar nicht raten, wie die Melone machen sollte, dass sie auf den Ball käme. Aber ihre Pate schnitt sie auf, hüllte die Schale ganz aus, berührte sie dann mit ihrem Zauberstabe und augenblicklich war die Melone in einen schönen goldenen Wagen verwandelt. Dann suchte sie die Mäusefalle und fing sechs lebendige Mäuse darin. Sie befahl Aschenbrödel, das Türchen aufzuziehen und jeder Maus, die herauslief, gab sie einen Schlag mit dem Zauberstabe und augenblicklich war jede Maus in einen schönen Apfelschimmel verwandelt. Nun wußte sie aber nicht, wo sie einen Kutscher herbekommen sollte. Ich will sehen, sagte Aschenbrödel, ob sich etwa eine Ratte in der Rattenfalle gefangen hat. Da wollen wir einen Kutscher daraus machen. Du hast recht, sagte die Pate. Geh hin, sieh zu. Aschenbrödel brachte ihr die Rattenfalle und es waren drei große Ratten drin. Die Fee nahm die mit dem größten Barte und nachdem sie sie berührt hatte, ward ein dicker Kutscher daraus, der einen schönen großen Schnurrbart hatte. Ferner sagte die Pate, geh noch einmal in den Garten, da wirst du hinter der Gießkanne sechs Eidechsen finden, die bringe heran. Sie brachte sie und ihre Pate verwandelte sie in sechs Lakaien, als wenn sie Zeit ihres Lebens nichts anderes getan hätten. Nun sagte die Fee zu Aschenbrödel, sieh, nun hast du alles, was du brauchst, um zum Balle zu fahren. Ja, sagte sie, aber kann ich denn so in diesem Petermannskittel hingehen? Ihre Pate rührte sie nur mit ihrem Zauberstab an und augenblicklich wurden die kostbarsten Kleider daraus, mit Golde durchwirkt und mit Edelsteinen besetzt. Endlich gab sie ihr auch ein paar allerliebste Glaspantöffelchen. So ausstaffiert stieg sie in den Wagen, aber ihre Pate gab ihr noch die gute Lehre, ja nicht über Mitternacht auf dem Balle zu bleiben, denn wenn sie einen Augenblick länger bliebe, so würde ihr Wagen wieder zur Melone, ihre Pferde zu Mäusen, ihre Lakaien zu Eidechsen und ihre schönen Kleider zu einem Petermannskittel werden. Sie versprach ihrer Pate vor Mitternacht gewiß wegzugehen, der Kutscher fuhr fort und Aschenbrödel kannte sich nicht vor Vergnügen. Als sie an das Schloss kam, meldete man dem Prinzen, es halte unten eine vornehme Dame, die niemand kenne. Der Prinz ging selbst hinab, hob sie aus dem Wagen und führte sie in den Tanzsaal. Alles schwieg, da sie hereintrat. Die Tänzer hörten auf zu tanzen und die Musikanten zu spielen, denn alle Augen waren auf die schöne Unbekannte geheftet. Ein dumpfes Gemurmel erhob sich im ganzen Saal. Ach, wie schön sie ist, wie schön sie ist. Selbst der König, der doch schon sehr alt war, betrachtete sie durch die Lornette und sagte leise zur Königin, er habe in langer Zeit keine so schöne und so liebenswürdige Person gesehen. Die Damen betrachteten mit großer Aufmerksamkeit ihre Coiffure und ihre Kleider, um sich den anderen Tag ebenso anzuziehen, wobei sie nur besorgt waren, keinen so schönen Stoff und so geschickte Schneider zu finden, die das machen könnten. Der Prinz setzte sie zu oberst und dann tanzte er selbst mit ihr vor. Sie tanzte mit so vielem Anstand, daß man sie nur noch mehr bewunderte. Man ging hierauf zur Tafel, welche prächtig serviert war, aber der Prinz aß keinen Bissen, denn er betrachtete die schöne Unbekannte Ohnunterlass. Sie setzte sich neben ihre Schwestern und sagte ihnen die schönsten und höflichsten Sachen von der Welt. Sie gab ihnen von den Zitronen und Orangen, die sie von dem Prinzen bekommen hatte und setzte sie dadurch in große Verwunderung, denn sie kannten sie nicht. Mitten in ihrem Gespräche hörte Aschenbrödel drei Viertel auf zwölf schlagen. Sie stund auf, machte der Gesellschaft eine Verbeugung und eilte davon. Als sie nach Hause gekommen war, ging sie gleich zu ihrer Pate, dankte ihr und äußerte zugleich den Wunsch, morgen wieder auf den Ball zu gehen, weil der Prinz sie dazu eingeladen hätte. Während sie ihrer Pate erzählte, was auf dem Balle vorgegangen war, klopften ihre beiden Schwestern an die Türe und Aschenbrödel machte ihnen auf. Sie sind lange ausgeblieben, sagte sie und gähnte dabei und rieb sich die Augen und dehnte sich, als wenn sie eben erst aufgewacht wäre. Ja, sagte die eine von ihnen, wenn du mit auf dem Balle gewesen wärst, du würdest wahrlich keine Langeweile gehabt haben. Es kam eine schöne Prinzessin hin, die war erstaunlich höflich gegen uns und hat uns Orangen und Zitronen gegeben. Aschenbrödel kannte sich nicht vor Vergnügen, sie frug, wie denn die Prinzessin heiße, aber sie sagten, man wisse es nicht und der Sohn des Königs wäre darüber in Verlegenheit und würde alles in der Welt darum geben, zu erfahren, wer sie wäre. Aschenbrödel frug lächelnd, war sie denn sogar schön? Wie glücklich sind sie nicht, daß sie sie gesehen haben. Ach, Fräulein Adelheid, borgen sie mir doch morgen ihr gelbes Kleid, das sie auf Alltag anziehen. I, nun ja, sagte Adelheid, das stünde mir an, dir meine Kleider borgen, ich glaube, du bist nicht wohl gescheit. Aschenbrödel erwartete dies und war sehr froh darüber, denn sie würde in große Verlegenheit geraten sein, wenn ihr ihre Schwester das Kleid hätte borgen wollen. Denn den anderen Tag fuhren die beiden Fräulein wieder zum Balle und Aschenbrödel auch, und diese war noch schöner geputzt als das erste Mal. Der königliche Prinz war ihr immer zur Seite und sagte ihr eine Menge schöner Sachen, wobei Aschenbrödel keine Langeweile hatte. Sie hatte darüber beinahe die Warnung ihrer Pate vergessen, denn der erste Schlag von zwölf Uhr schlug, da glaubte sie, es wäre erst elf. Sie stund auf und eilte davon, flüchtiger als ein Reh. Der Prinz folgte ihr nach, aber er konnte sie nicht einholen. Aber da sie einen von ihren Glaspantöffelchen verlor, da hob er ihn sorgfältig auf. Aschenbrödel kam ganz außer Atem nach Hause, ohne Wagen, ohne Lakaien, mit ihren alten Kleidern und von ihrer ganzen Herrlichkeit war ihr nichts geblieben als der eine Pantoffel. Man hielt Nachfrage bei den Torwachen, ob sie nicht eine Prinzessin hätten aus dem Schlosse gehen sehen. Sie sagten aber, es sei niemand herausgegangen als ein Mädchen in schlechter Kleidung, das eher wie eine Bäuerin als eine Prinzessin ausgesehen hätte. Als die beiden Schwestern vom Balle nach Hause kamen, frug sie Aschenbrödel, ob sie sich heute wieder so gut amüsiert hätten und ob die schöne Dame auch da gewesen wäre. Sie sagten ja, aber sie wäre mit dem Glockenschlag zwölfe fortgegangen und wäre so eilfertig gewesen, dass sie einen allerliebsten kleinen Pantoffel von Glase verloren hätte. Der Prinz hätte ihn aufgehoben und ihn den ganzen Ball über betrachtet. Es wäre nichts gewisser, schöne Dame, welcher der Pantoffel gehörte, verliebt sein müßte. Daran sagten sie nun keine Unwahrheit, denn wenige Tage darauf ließ der Prinz unter Trompeten und Paukenschalle bekannt machen, dass er die Person heiraten wolle, deren Fuß in diesen Pantoffel passe. Man probierte ihn zuerst den königlichen Prinzessinnen an, dann den Herzoginnen, dann dem ganzen Hofe, aber das war alles umsonst. Man brachte ihn endlich auch den beiden Schwestern, die sich alle mögliche Mühe gaben, um den Fuß hineinzubringen, aber kaum die große Zehe hineinbrachten. Aschenbrödel, die ihnen zusah und den Pantoffel erkannte, sagte endlich lächelnd, ich will doch sehen, ob er mir etwa passt. Ihre Schwestern lachten sie aus, aber der Kavalier, der die Probe anstellte und das Mädchen sehr schön fand, sagte, es sei nicht mehr als billig, dass sie den Versuch auch anstelle, da er Befehl habe, allen Frauenzimmern das Pantöffelchen anzuprobieren. Er ließ Aschenbrödel niedersetzen, und siehe da, ihr Füßchen glitt ohne Mühe hinein, und der Schuh saß ihr wie angemessen. Man denke sich das Erstaunen der beiden Schwestern und was sie vollends für Augen machten, da Aschenbrödel das andere Pantöffelchen aus der Tasche nahm und es anzog. In diesem Augenblicke trat die Pate ins Zimmer, die mit einem Schlager auf Aschenbrödels Kleider sie vollkommen ebenso schön machte, als die, in welchen sie auf dem Balle erschienen war. Jetzt erkannten sie die beiden Schwestern für die Dame des Balls. Sie warfen sich zu ihren Füßen und baten sie tausend ihrer zugefügten Beleidigungen um Verzeihung. Aschenbrödel hob sie auf, umarmte sie und verziehe ihnen von ganzem Herzen. Ja, sie bat sie sogar um ihre Freundschaft und Liebe. Man brachte sie hierauf zu dem Prinzen, der sie schöner als jemals fand und sie wenige Tage darauf heiratete. Aschenbrödel, welche ebenso gut als schön war, gab ihren Schwestern eine Wohnung im Schlosse und verheiratete sie an demselben Tage an zwei vornehme Herren vom Hofe. Ende von Aschenbrödel gelesen von Hokus Pokus Ruprecht mit der Kuppe von Charles Perrault Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Es war eine Königin die bekam einen Sohn der so hässlich und ungestalt war daß man lange nicht wußte ob er eine menschliche Gestalt hätte oder nicht Eine Fee die bei seiner Geburt gegenwärtig war versicherte indes daß er dem ungeachtet durch seinen Verstand sehr liebenswürdig werden würde und sie setzte hinzu daß er vermöge des Geschenks welches sie ihm verliehen habe seiner Geliebten der einst ebenso viel Verstand mitteilen könne als er selbst besäße Diese Versprechungen beruhigten die arme Königin ein wenig die sehr bekümmert war Mutter eines so hässlichen Geschöpfes zu sein Nun ist es wahr sobald das Kind zu reden anfing hatte es tausend allerliebste Einfälle und es war etwas Geistreiches an allem was er vornahm so daß man ihn liebhaben mußte Ich habe vergessen zu sagen daß er mit einem kleinen Haarbusche auf die Welt kam daher man ihn Ruprecht mit der Kuppe nannte denn Ruprecht war der Familienname Nach Verlauf von sieben oder acht Jahren kam die Königin eines benachbarten Reiches mit zwei Töchtern nieder Die erste war schön wie der Tag und die Königin hatte eine so unmäßige Freude darüber daß man fürchtete sie möchte sich schaden tun dieselbe Fee die bei der Geburt des kleinen Ruprechts mit der Kuppe gegenwärtig gewesen war auch hier dabei und sagte der Königin um ihre Freude zu mäßigen daß die kleine Prinzessin keinen Funken Verstand haben und ebenso dumm als schön sein würde dies war nun der Königin gar nicht recht aber sie hatte einige Minuten darauf ein weit größeres Herze Leid denn das zweite Kind mit dem sie niederkam war außerordentlich häßlich Lassen sie sich das nicht so gar sehr zu Herzen gehen sagte die Fee zu ihr der Mangel der Schönheit wird ihrer Tochter auf einer anderen Seite ersetzt werden sie wird so viel Verstand und Witz bekommen dass man ihre Häßlichkeit kaum noch bemerken wird Gott gebe das versetzte die Königin aber könnte man der Ältesten die so schön ist nicht auch zu etwas Verstand verhelfen von dieser Seite kann ich nichts für sie tun erwiderte die Fee aber Schönheit kann ich ihr geben so viel ich will und da ich gerne alles tun möchte ihnen gefällig zu sein was nur in meinen Kräften steht so will ich ihr die Gabe verleihen dem Manne der ihr Herz gewinnt ihre Schönheit mitzuteilen die beiden Prinzessinnen wuchsen nun heran und ihre Talente wuchsen mit ihnen allen halben sprach man von der Schönheit der Ältesten und dem Verstande der Jüngsten aber mit dem Alter vermehrten sich auch ihre Fehler die Jüngste wurde von Tag zu Tag häßlicher und die Älteste von Tag zu Tag dümmer sie antwortete entweder gar nicht wenn man sie frug oder sie sagte etwas albernes sie war dabei so ungeschickt daß sie nicht vier Tassen auf den Tisch setzen konnte ohne eine davon zu zerbrechen und daß sie kein Glas Wasser trank ohne die Hälfte davon über sich her zu gießen so sehr man also auch immer der Schönheit eines jungen Frauenzimmers huldigt so war dennoch die jüngste immer weit beliebter als die älteste zuerst näherte man sich gemeiniglich der ältesten um sie zu betrachten und zu bewundern bald aber schloß man sich an die an welche den meisten verstand hatte um sich an ihren einfällen und ihren richtigen Bemerkungen zu ergötzen und so stund gewöhnlich in weniger als einer halben Stunde die älteste allein da und alles hatte sich um die jüngste versammelt so dumm die älteste war so bemerkte sie dies doch und sie hätte gern alle ihre schönheit darum gegeben wenn sie nur die Hälfte von dem Verstand ihrer Schwester gehabt hätte die Königin die sonst eine kluge Frau war konnte sich zuweilen nicht enthalten ihr ihre Dummheit vorzurücken und dies verursachte der armen Prinzessin jederzeit die heftigste Bekümmernis eines Tages ging sie in den Wald spazieren um in der Einsamkeit ihr Unglück zu beweinen als sie einen kleinen ungestalten aber sehr prächtig gekleideten Mann auf sich zukommen sah es war der Prinz Ruprecht mit der Kuppe der in ihr Porträt verliebt worden war denn allen Teilen fand man ihr Bildnis er hatte das Königreich seines Vaters verlassen um das Vergnügen zu haben sie zu sehen und zu sprechen welche Freude da er sie ganz allein antraf er näherte sich ihr mit aller ersinnlichen Ehrfurcht und Höflichkeit da er aber nach den ersten Komplimenten bemerkte dass sie sehr niedergeschlagen war sagte er zu ihr ich begreife nicht wieso eine schöne Person so niedergeschlagen sein kann als sie zu sein scheinen ich kann mich zwar rühmen eine große Menge von schönen Damen gesehen zu haben aber ich kann aufrichtig versichern daß keine es wagen dürfte sich mit ihnen zu messen sie belieben zu scherzen antwortete die prinzessin und schwieg still die schönheit fuhr ruprecht fort ist ein so großer vorzug daß man jeden anderen mangel dabei übersehen kann und da sie jene in einem so hohen grade besitzen so begreife ich nicht was es in der Welt geben kann daß sie so sehr zu bekümmern im stande ist ach antwortete die prinzessin ich wollte lieber so hässlich sein als sie und etwas mehr verstand haben als so schön und so dumm sein als ich jetzt so bin man kann seinen verstand nicht mehr zeigen war die antwort als wenn man keinen zu haben glaubt und es liegt in der ich weiß das nicht erwiderte die prinzessin aber ich weiß sehr wohl daß ich dumm bin und dies bewußtsein macht mir tödlichen kummer wenn ihr kummer in weiter nichts besteht sagte ruprecht so kann ich ihm leicht ein ende machen und wie das fiel die prinzessin ein ich habe ein talent antwortete jener der person welche ich am meisten liebe so viel verstand mitzuteilen als ich will und da sie diese person sind so hängt es bloß von ihnen ab so viel verstand zu bekommen als sie wollen wenn sie mir versprechen mich zu heiraten die prinzessin wußte nicht was sie antworten sollte ich sehe wohl fuhr ruprecht fort daß es ihnen schwer fällt in diesen vorschlag einzuwilligen und ich wundere mich nicht darüber aber ich gebe ihnen ein ganzes Jahr Bedenkzeit um mit sich selbst zu rate zu gehen die prinzessin war so einfältig und hatte doch gleichwohl ein so großes verlangen klüger zu werden daß sie sich einbildete das ende dieses jahres würde niemals kommen sie nahm also den vorschlag an und kaum hatte sie dem prinzen versprochen daß sie ihn nach ablauf eines jahres an eben dem tat ihre Hand geben wollte als sie eine außerordentliche veränderung an sich wahrnahm sie war ganz anders als vorher sie fühlte eine außerordentliche leichtigkeit alles zu sagen was sie wollte und alles was sie sagte war sinnreich leicht und natürlich in diesem Augenblicke fing sie mit Ruprecht ein langes Gespräch an wo sie mit so viel Fertigkeit und Nachdruck sprach daß Ruprecht anfing zu fürchten er möchte ihr mehr Verstand mitgeteilt haben als er selbst behalten hätte als sie in das Schloss zurückkam wußte niemand am Hof was er von dieser plötzlichen und außerordentlichen Veränderung denken sollte denn statt daß sie sonst lauter verkehrtes Zeug geantwortet hatte sprach sie jetzt außerordentlich vernünftig und mit vielem Geiste man kann denken wie groß die Freude über diese Veränderung war an der jedermann Anteil nahm ihre jüngere Schwester ausgenommen welche nun nicht mehr den Vorzug des Geistes hatte und neben ihrer Schwester eine sehr schlechte Rolle spielte der König richtete sich nun in allen Stücken nach ihrem Rate und hielt oft selbst in ihrem Zimmer Session auch verbreitete sich der Ruf von dieser Veränderung sehr geschwinde und und alle Prinzen der benachbarten Königreiche strömten herbei und bewarben sich um ihre Gunst und hielten um sie an aber keiner hatte ihr Verstand genug und sie hörte sie an ohne einem von ihnen besonders Hoffnung zu machen endlich aber kam ein so mächtiger reicher geistvoller und wohlgebildeter Freier dass sie in der Tat einige Neigung für ihn faßte ihr Vater bemerkte es daß er ihr willig freie Gewalt ließe einen Gemahl zu wählen welchen sie wollte und daß sie ungescheut ihre Erklärung von sich geben könnte ein fester Entschluß in dieser Angelegenheit fällt einem gemeiniglich um desto schwerer zu fassen je mehr man Verstand hat und so dankte sie dem Könige für seine gütige Gesinnung und bat ihn um die Erlaubnis sich einige Tage bedenken zu dürfen ganz von ungefähr ging sie in den Wald spazieren wo sie den Prinz Ruprecht mit der Kuppe zum ersten Mal gefunden hatte um über ihren zu fassenden Entschluß reiflich nachzudenken während sie hier in tiefen Gedanken spazieren ging hörte sie unter ihren Füßen ein dumpfes Geräusch als wenn mehrere Personen kämen und gingen sie ward aufmerksam und hörte dass das eine sagte bring mir dort den Kessel her ein anderes gib mir die Pfanne noch ein anderes leg Holz in das Feuer zu gleicher Zeit öffnete sich die Erde und sie sah unter ihren Füßen eine Art von Küche worin eine Menge von Köchen Küchenjungen und anderen Bedienten mit Zurüstungen irgendeines Festes beschäftigt waren eine Bande von 20 bis 30 Köchen kam heraus und setzte sich in eine Allee an eine lange Tafel die Spicknadel in der Hand und arbeitete nach dem Takte eines Liedchens das sie zusammen anstimmten die Prinzessin erstarnte über das was sie sah und frug was es bedeuten sollte und für wen sie arbeiteten für den Prinzen Ruprecht mit der Kuppe sagte der Angesehenste von der Gesellschaft der Prinz hat morgen Hochzeit hierüber hierüber erschrak die Prinzessin und besann sich auf einmal daß heute eben ein Jahr wäre da sie dem Prinzen versprochen hätte ihn zu heiraten sie hatte nicht wieder daran gedacht denn als sie dies versprechen tat war sie noch einfältig und da sie ihren neuen Verstand bekam vergaß sie alle ihre vorhergehenden Torheiten sie setzte indes ihren Spaziergang fort aber kaum hatte sie dreißig Schritte getan als Ruprecht mit der Kuppe vor sie trat mit aller Keckheit und Pracht die einem Prinzen geziemte der sich verheiraten will er redete sie an sie sehen sagte er zu ihr daß ich mein Wort sehr genau halte und ich zweifle nicht daß sie in der Absicht hierher gekommen sind auch ihr versprechen zu erfüllen und mich zu dem glücklichsten manne zu machen ich muß ihnen offenherzig gestehen versetzte die Prinzessin daß ich über diesen Punkt noch zu keinem festen Entschluss gekommen bin und ich glaube nicht daß er jemals nach ihrem Wunsche ausfallen wird sie setzen mich in Erstaunen erwiderte der Prinz ich glaube es ihnen war die Antwort und ich würde in großer Verlegenheit sein wenn ich mit einem manne von weniger Lebensart und Verstande zu tun hätte er würde mir sagen daß eine Prinzessin ihr Wort halten müsse und daß ich verpflichtet sei ihn zu heiraten weil ich es ihm versprochen hätte aber da ich mit einem manne von so vielem Verstande spreche so bin ich zum voraus überzeugt daß er meine Gründe anhören wird sie wissen daß ich mich nicht entschließen konnte sie zu heiraten als ich noch dumm war wie können sie erwarten daß ich bei dem Verstande den sie mir mitgeteilt haben und der mich weit heikler gemacht hat einen Entschluß fassen werde den ich damals nicht fassen konnte wenn es ihr ernst war mich zu heiraten so haben sie sehr übel getan mich von meiner Dummheit zu heilen und mich einsichtsvoller zu machen als ich damals war wohl an sagte der prinz wenn sie es einem manne ohne verstand verzeihen würden wenn er ihnen wie sie eben gesagt haben ihre wortbrüchigkeit vorrückte warum sollten sie mir nicht diese Freiheit verstatten da es jetzt auf das Glück meines Lebens ankommt soll ein Mann von Verstand übler daran sein als ein Dummkopf können sie das von mir verlangen da sie selbst so viel Geist besitzen und es sich so sehr wünschten erlauben sie mir also ihnen einige Vorstellungen zu machen haben sie außer meiner Häßlichkeit etwas an mir auszusetzen sind sie unzufrieden mit meiner Geburt meinem Verstand meiner Aufführung und meiner Laune im geringsten nicht antwortete die Prinzessin alles was sie mir hier aufzählen verdient meine Achtung und Liebe wenn das ist fiel ihr Ruprecht ein so bin ich glücklich denn es steht in ihrer Gewalt mich zu dem liebenswürdigsten Manne zu machen wie ist das möglich versetzte sie nichts nichts leichter antwortete der Prinz wenn sie mich nur genug lieben um diese Verwandlung zu wünschen denn sie müssen wissen daß dieselbe Fee die mir am Tage meiner Geburt die Gabe verlieh einer andern Person die mir gefallen würde Verstand und Geist mitzuteilen auch ihnen das Talent gegeben hat ihrerseits den Mann welchen sie lieben schön zu machen wenn das ist sagte die Prinzessin so wünsche ich von ganzem Herzen daß sie der liebenswürdigste Prinz von der Welt werden mögen und teile ihnen die Gabe der Schönheit so sehr mit als nur irgende in meinen Kräften steht kaum hatte die Prinzessin diese Worte ausgesprochen als ihr Ruprecht schön einige versichern daß dies nicht sowohl die Wirkung des Zaubers war sondern daß vielmehr die Liebe allein diese Verwandlung möglich machte sie behaupten daß die Prinzessin über den guten Eigenschaften ihres Liebhabers seinen Verstand seine Bescheidenheit und Treue die Ungestaltheit seines Körpers und die Häßlichkeit seines Gesichts vergessen habe sein Buckel kam ihr vor wie das Achselzucken eines Manns von Welt und statt daß er sonst entsetzlich hinkte so fand sie jetzt daß er sich nur auf eine sehr liebenswürdige Art ein wenig nach der einen Seite neige Auch seine schielenden Augen kamen ihr darum nur noch glänzender vor und die kleine Unordnung die in ihren Blicken herrschte schien ihr ein Zeichen seiner heftigen Liebe zu sein und seine große rote Nase endlich bekam in ihren Augen etwas nun wie ihm wolle die Prinzessin versprach ihm ihre Hand auf der Stelle wenn er die Einwilligung ihres Vaters erhalten könnte dieser kannte Ruprecht schon als einen Prinzen von großem Verstande und da er nun noch erfuhr daß seine Tochter so viel Achtung für ihn hegte nahm er ihn mit dem größten Vergnügen zu seinem Schwiegersohn an die Hochzeit war den anderen Tag so wie es Ruprecht zum Voraus gesehen und lange Zeit vorher angeordnet hatte Ende von Ruprecht mit der Kuppe gelesen von Hukuspokus Der kleine Däumling von Charles Perrault Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Es war einmal ein Holzhauer der hatte mit seiner Frau sieben Kinder und zwar lauter Knaben das älteste war erst zehn Jahr und das jüngste noch nicht sieben Man wird sich wundern wie der Holzhauer in so kurzer Zeit so viele Kinder haben konnte aber seine Frau hatte sich ein wenig getummelt und war immer mit Zwillingen niedergekommen Die guten Leute hatten nun gar nicht viel zu leben und ihre sieben Kinder wurden ihnen schwer zu erhalten weil noch keins davon etwas verdienen konnte Am meisten waren sie darüber bekümmert daß der jüngste Bube so zärtlich war und fast gar nicht sprach und ob dies gleich ein Zeichen seines Verstandes war so hielten sie ihn doch für dumm es war auch ein gar kleiner Knabe und da er auf die Welt kam war er kaum so groß als sein Daumen darum nannten sie ihn auch nur den kleinen Däumeling Der arme Junge war das Marterholz im Hause und wenn es etwas gab so mußte er immer Unrecht haben gleichwohl war er der verschlagendste und aufgeweckteste von seinen Brüdern und wenn er wenig sprach so hörte er desto aufmerksamer zu Nun kam ein Missjahr und es entstand eine Hungersnot und die armen Leute sondern auf Mittel ihre Kinder los zu werden Als die Kinder eines Tags zu Bett waren und der Holzhauer mit seiner Frau nach am Feuer saß sagte er voll bekümmernd zu ihr Du siehst wir können unsere Kinder nicht länger ernähren und ehe ich sie vor meinen Augen will Hungers sterben sehen so will ich sie lieber morgen in dem Walde lassen denn während sie reisig zu Wellen suchen können wir uns heimlich davon machen ohne dass sie es merken ach versetzte die Frau kannst du es über das herz bringen man dich deiner Kinder zu entschlagen ihr Mann stellte ihr noch einmal die große Armut vor in der sie lebten aber predigte tauben ohren sie wollte nicht einwilligen denn ob sie schon arm war so war sie doch ihre Mutter da sie aber überlegte was für Kummer es ihr machen würde wenn sie sie hungers sterben sähe so willigte sie endlich unter vielen Tränen ein und ging zu Bett aber sie konnte die ganze Nacht kein Auge zutun der kleine Däumling hatte das ganze Gespräch mit angehört denn da er in seinem Bette merkte daß seine Eltern etwas wichtiges abhandelten war er ganz sachte aufgestanden und unter den Schemel gekrochen auf dem sein Vater saß damit sie ihn nicht sehen sollten er legte sich hierauf wieder ins Bett konnte aber ebenso wenig schlafen als seine Mutter sondern Sonn die ganze Nacht darauf was zu tun sei ganz früh stund er auf und ging an den Bach und las kleine weiße Kiesel auf die er in die Tasche steckte und ging so wieder nach Hause nun ging die Reise fort und der kleine Däumling sagte seinen Brüdern kein Wort von dem was er gehört hatte sie sie kamen in einen dicken Wald wo man keine zehn Schritte vor sich sehen konnte der Holzhauer hieb Holz und seine Kinder lasen reisig auf um Wellen zu machen da ihre Eltern sie so beschäftigt sahen entfernten sie sich anfänglich ganz sacht und dann liefen sie auf einem krummen Fußsteig aus Leibeskräften weiter die Kinder merkten bald dass sie allein wären und sie fingen an zu rufen und zu weinen aber der kleine Däumling ließ sie immer rufen und es war ihm gar nicht bange wie er wieder nach Hause kommen sollte denn als sie in den Wald gegangen waren hatte er auf dem ganzen Weg die kleinen weißen Kiesel gestreut die er in der Tasche hatte er sagte daher zu seinen Brüdern lasst euch nur nicht bange sein unsere Eltern haben uns hier gelassen aber ich will euch schon wieder nach Hause bringen geht mir nur nach sie gingen ihm nach und er führte sie bis an ihr Haus anfänglich wagten sie es nicht hinein zu gehen sondern setzten sich vor die Türe um zu hören was ihr Vater und ihre Mutter zusammen sprechen als der Holzhauer und seine Frau nach Hause gekommen waren hatte ihnen der Gutsherr zehn Taler geschickt die er ihnen seit langer Zeit schuldig war und auf die sie nicht mehr rechneten dies gab ihnen das Leben wieder denn die armen Leute starben beinahe vor Hunger der Holzhauer schickte seine Frau sogleich in die Fleischbank und da sie in langer Zeit nichts gegessen hatten so kaufte sie dreimal mehr Fleisch ein als für zwei Leute nötig war da sie sich nun satt gegessen hatten sagte die arme Frau ach wo werden jetzt unsere armen Kinder sein die könnten sich nun noch satt essen an dem was uns übrig bleibt da bist du nun schuld daran Mann ich habe dir gleich gesagt dass es uns geräuen würde was mögen sie nun in dem Walde machen ach lieber Gott wenn sie nur die Wölfe nicht schon gefressen haben du bist doch ein rechter Raben Vater deine eigenen Kinder so im Stiche zu lassen der Holzhauer wurde nun endlich ungeduldig denn sie sagte ihm noch hundert Mal dass es ihn geräuen würde und dass sie es doch wohl gesagt hätte und er drohte ihr am Ende mit Schlägen wenn sie nicht stille schwieg im Grunde tat es dem Holzhauer ebenso leid als seiner Frau aber sie ließ ihm auch gar keine Ruhe und es ging ihm wie anderen ehrlichen Leuten die es auch wohl gerne sehen wenn ihre Weiber recht haben aber die nur nicht leiden können wenn sie immer recht gehabt haben wollen die Frau hörte nicht auf zu heulen und zu schreien ach das gotterbarm wo sind jetzt meine kinder meine armen kinder sie wurde dabei einige male so laut dass die kinder es an der tür hörten und alle auf einmal ruften da sind wir da sind wir sie lief gleich hin und machte die tür auf herzte und küßte sie und sagte einmal übers andere wie dank ich daß ihr wieder da seid ihr seid wohl recht müde und habt großen hunger ach wie hast du dich dreckig gemacht peter komm her ich will dich abwischen peter war der älteste und sie hatte ihn am liebsten weil er rote haare hatte wie sie auch sie setzten sich hierauf zu tische und aßen mit gutem appetit und erzählten ihren eltern wie sie sich gefürchtet sie immer alle auf einmal die armen leute waren recht froh daß sie ihre kinder wieder hatten und diese freude dauerte so lange als die zehntaler wehrten aber da das geld alle war ging die not von neuem an und sie beschlossen nun wieder ernstlich ihre kinder im stiche zu lassen und um ihrer sache gewiß zu sein sie noch tiefer in den Wald zu führen als das so leise sie dies Projekt auch abhandelten so merkte der kleine Däumling es doch und beschloss sich wie das erste Mal zu helfen er stand deshalb wieder ganz früh auf um Kieselsteine aufzulesen aber es war nichts denn die Haustüre war fest zugeschlossen er wußte nun nicht was er machen sollte aber da ihm seine Mutter das Morgenbrot gab fiel ihm ein daß er das Brot statt der Steine brauchen könnte indem er es stückchenweise auf den Weg streute er steckte es also in die Tasche ihre Eltern führten sie nun an den dicksten und finstersten Ort des Waldes und gingen dann davon wie das erste Mal der kleine Däumling bekümmerte sich wenig darum denn er glaubte mit Hilfe des ausgestreuten Brots den Weg leicht wieder zu finden aber er erschrak nicht wenig als er keine Krümchen mehr fand denn die Vögel waren gekommen und hatten alles aufgefressen nun waren sie in großer Not denn sie verirrten sich und kamen immer tiefer in den Wald endlich wurde es gar Nacht und es erhob sich ein Sturm der ihnen Angst und Bange machte von allen Seiten glaubten sie das Heulen der Wölfe zu hören die sie fressen wollten sie getrauten sich kaum das Maul aufzutun und sich umzusehen dann kam ein starker Platzregen der sie bis auf die Haut durchnetzte bei jedem Schritt gleiteten sie aus und fielen in den Kot wobei sie sich über und über schmutzig machten der kleine Däumling stieg endlich auf einen Baum um sich umzusehen und nachdem er lange umher geschaut hatte erblickte er endlich einen schwachen Schein wie von einer Lampe aber das war noch weit weit vom Walde er stieg wieder vom Baum herab und da er auf die Erde kam sah er nichts mehr da war nun guter Rat teuer indes marschierte er mit seinen Brüdern immer drauf los nach der Gegend zu wo er das Licht gesehen hatte und endlich kamen sie aus dem Walde heraus und sahen das Licht wieder endlich kamen sie gar an das Haus wo das Licht drin war aber mit Zittern und Zagen denn wenn sie in die Tiefe kamen verloren sie es wieder aus dem Gesicht sie klopften an und es kam machte auf und frug was sie wollten der kleine Däumling antwortete sie wären arme Kinder die sich im Walde verirrt hätten und beten sie um ein Nachtlager da die Frau sah daß es lauter hübsche Kinder waren fing sie an zu weinen und sagte ach ihr armen Kinder wo seid ihr hingeraten wisst ihr wohl daß dieses Haus einem Popanzer gehört der die kleinen Kinder eiskalt über den Leib und sie zitterten und bebten ach sagte der kleine Däumling liebe Mutter was sollen wir in aller Welt anfangen wenn ihr uns nicht aufnehmt so fressen uns die Wölfe ganz gewiß noch diese Nacht und da wollen wir doch lieber von dem Herrn gefressen werden vielleicht erbarmte sich unser wenn sie ihn recht schön darum bitten die Frau hoffte sie bis an den anderen Morgen wenigstens vor ihrem Mann zu verbergen und ließ sich hinein und setzte sie ums Feuer herum welches Lichterloh brannte denn es steckte ein ganzer Schöps am Bratspieß zum Abendessen für den Popanz sie waren kaum wieder ein wenig aufgetaut als sie drei oder vier mal tüchtig an die Türe schlagen hörten es war der Popanz der wieder nach Hause kam da steckte die Frau die Kinder geschwind unter das Bett und dann lief sie und machte die Türe auf der Popanz trat hinein und seine erste Frage war ob das Abendessen fertig wäre und ob sie den Wein abgezogen hätte und setzte sich gleich zu Tische der Schöps war noch halb roh aber das war ihm eben recht und er schmeckte ihm nur desto besser darauf schnupperte er um sich her Frau sagte er ich rieche Menschenfleisch ach sagte die Frau es wird das Kalb sein das ich eben ausgeweidet habe ich rieche frisches Menschenfleisch sag ich dir sagte der Popanz noch einmal und sah seine Frau gefährlich dazu an es steckt hier was drunter wohinter ich noch nicht kommen kann bei diesen Worten stund er auf und ging gerade auf das Bett los aha sagte er du denkst mich anzuführen du Zetterhexe ich werde kurzes Federlesen machen und dich zuerst fressen und die Jungen hinter drein ei hätte ich doch nicht gedacht dass ich so delikates Wildbrett finden würde das kommt mir eben zu passe um drei von meinen guten Freunden damit zu traktieren die mich in kurzem besuchen werden dabei zog er einen nach nach den bette hervor die armen kinder fielen auf die knie und baten um gnade aber sie wußten nicht daß sie gerade an den unbarmherzigsten popanz gekommen waren der sie schon mit den augen verschlangen und zu seiner frau sagte wenn sie da eine gute brühe daran machte so würde es eine leckere mahlzeit geben er ging auch schon hin und holte ein großes messer um sie abzuschlachten und wetzte es auf einem großen steine den er in der linken hand hielt als er eben einen angepackt hatte sagte seine Frau zu ihm was willst du ihn denn noch so spät abschlachten hast du denn nicht morgen noch Zeit genug dazu halt maul antwortete der popanz was gehen dich die knaben an aber du hast ja noch fleisch die menge erwiderte die Frau ein kalb zwei schöpse und ein halbes schwein du hast recht antwortete der popanz füttere sie nur gut damit sie nicht mager werden und dann lass sie zu bett gehen die gute frau war darüber sehr vergnügt sie gab ihnen tüchtig zu essen aber sie konnten vor angst nichts hinter bringen der popanz hielt sich seinerseits an den Wein und freute sich innerlich daß ihm der himmel eine so gute mahlzeit für seine freunde beschert hatte er trank ein dutzend becher mehr als gewöhnlich der Wein stieg ihm in den kopf und er mußte sich zu bette legen der popanz hatte sieben töchter die noch klein waren sie waren alle rund und fett denn sie aßen auch rohes fleisch wie ihr vater aber sie hatten kleine runde graue augen gebogene nasen und große mäuler mit langen scharfen zähnen die weit auseinander stunden sehr schlimm waren sie eben noch nicht aber sie versprachen alles mögliche denn sie bissen schon die kleinen kinder um ihnen das blut auszusaugen sie waren bei zeiten schlafen gegangen und lagen alle in einem großen bette und jeder hatte eine goldene krone auf dem kopfe in derselben kammer stund noch ein anderes bett von derselben größe in dies bett brachte die frau die sieben knaben und legte sich dann selbst zu ihrem manne der kleine däumling der gleich gesehen hatte daß die kleinen popanzchen goldene kronen auf den köpfen hatten und dem bange war es möchte dem popanz geräuen sie nicht noch den abend abgeschlachtet zu haben stund um mitternacht auf setzte den sieben mädchen seine und seine Brüder Mützen auf und nahm ihnen dafür die kronen ab und setzte sie sich und seinen brüdern auf damit der popanz sie für seine töchter und seine töchter für die jungen halten möchte die er schlachten wollte es kam gerade so wie er sich eingebildet hatte der popanz war um mitternacht aufgewacht und es hatte ihn geräut die exekution bis auf den anderen Tag aufgeschoben zu haben er sprang also aus dem bette nahm sein großes messer und sagte ich will doch sehen was die jungen herren oben machen diesmal soll es gewiss das letzte mal sein er tappte die treppe hinauf und kam in die kammer wo seine mädchen schliefen darauf ging er an das bett wo die jungen lagen und schnarchten nur der kleine däumling schlief nicht sondern fühlte gar wohl wie ihm der popanz um den kopf herum tappte so wie er auch seinen brüdern getan hatte da der popanz die kronen fühlte sagte er nun da hätte ich einen schönen streich machen können ich merke wohl daß ich gestern abend über den durst getrunken habe dann ging er an seiner töchter bett und da er hier die jungen mützen fühlte sagte er da sind sie ja die kleinen bälge nun frisch ans werk bei diesen worten schnitt er seinen sieben töchtern die kehlen ab mir nichts dir nichts und wie er guten mutes wieder zu seiner frau ins bett als ihn der kleine däumling schnarchen hörte weckte er geschwind seine brüder auf und sagte ihnen sie sollten sich schnell anziehen und ihm folgen sie taten es gingen ganz sacht hinab in den garten und sprangen über die mauer dann liefen sie die ganze nacht unter zittern und zagen und ohne zu wissen wo sie hinkämen den sagte seiner frau geh hinauf und mach die kleinen jungen zurecht die frau wußte gar nicht was sie von der großen güte ihres mannes denken sollte denn da er ihr befahl die kinder zurecht zu machen meinte sie nicht anders als sie solle sie anziehen sie ging also hinauf und war beinahe des Todes als sie ihre sieben Töchter im Blute schwimmen sah sie viel in Ohnmacht denn das ist immer das erste was die Weiber tun wenn sie nicht weiter wissen der pupanz ging ihr nach um ihr zu helfen damit sie nicht zu lange trödeln sollte er erschrak beinahe ebenso sehr als seine Frau bei dem Anblick seiner geschlachteten Töchter ach schrie er was hab ich da getan aber ich will sie dafür bezahlen die schurken er goß hierauf seiner Frau einen Eimer Wasser ins Gesicht wodurch sie wieder zu sich kam dann sagte er zu ihr hol mir gleich meine sieben Meilen Stiefel ich will sie schon einholen er machte sich auf den Weg marschierte bald da bald dorthin und kam endlich auf die Straße welche die armen Kinder zogen die nur noch hundert Schritte von ihres Vaters Hause waren sie sahen den Popanz von ferne der über die breitesten Ströme weg schritt als wenn es Bäche wären Glück einen hohlen Felsen in der Nähe gewahr unter denen er mit seinen sechs Brüdern kroch und Achtung gab was der Popanz anfangen würde dieser war von dem langen unnützen laufen so müde denn die sieben Meilen Stiefel nahmen ihren Mann auch tüchtig mit daß er ein wenig ausruhen mußte und durch ein sonderbares ungefähr setzte er sich gerade auf den Felsen unter Vor großer Müdigkeit schlief er bald darauf ein und fing so schrecklich an zu schnarchen daß den armen Kindern ebenso bange dabei wurde als da er ihnen das Messer an die Kehle setzte dem kleinen Däumling war am wenigsten Angst und er sagte zu seinen Brüdern sie sollten nur nach Hause gehen während der Popanz schliefe und seinetwegen unbekümmert sein sie folgten seinem Rad und eilten ins Haus der kleine Däumling aber kroch aus seinem Loch heraus und schlich sich auf den Zehen zu dem Popanz hin zog ihm dann ganz sacht die Stiefeln von den Beinen und zog sie selbst an die Stiefel waren zwar sehr groß und weit aber da sie bezaubert waren so konnte sie jedermann anziehen und sie passten gleich an jeden Fuß und so saßen sie auch dem kleinen Däumling als wenn sie ihm angemessen wären er ging gerade in des Popanzes Haus wo er die Frau bei ihren toten Kindern in Tränen fand euer Mann hub der kleine Däumling an ist in großer Gefahr Räuber haben ihn überfallen und drohen ihm das Leben zu nehmen wenn er nicht all sein Gold und Silber heraus gibt da sie ihm eben das Messer an die Kehle setzten wurde er mich gewahr und bat mich euch die Nachricht von diesem unglücklichen Zufalle zu bringen und mir alles von euch geben zu lassen was ihr von Werte besitzt ohne etwas zurückzubehalten denn sonst werden sie ihn ohne alle Barmherzigkeit totschlagen da die Sache keinen Aufschub litt hat er mir seine sieben Meilenstiefel gegeben wie ihr seht um geschwinder vom Flecke zu kommen und um mich bei euch zu legitimieren die gute Frau gab ihm im ersten Schrecken alles was sie hatte denn sie hatte ihren Mann lieb ob er gleich die kleinen Kinder fraß und der kleine Däumling kam mit den Reichtümern des Popanzes beladen in seines Vaters Hause an und ward mit offenen Armen aufgenommen über diesen letzten Umstand ist man indes nicht recht einig und manche behaupten der kleine Däumling habe den Popanz nicht bestohlen sondern ihm nur seine sieben Meilen Stiefel ohne Bedenken abgenommen weil er den kleinen Kindern damit nachlief diese Leute versichern dies von guter Hand zu wissen und selbst in dem Hause des Holzauers bekannt zu sein sie erzählen der kleine Däumling habe die Stiefel angezogen und sei damit an den Hof gegangen weil er wußte daß man da selbst über den Zustand einer Armee die zweihundert Meilen Ausgang einer Schlacht unterrichtet zu sein wünschte der König versprach ihm eine große Summe Geldes wenn er ihm Nachricht brächte und Däumling brachte sie noch denselben Abend hierdurch machte er sich bekannt und verdiente unsägliches Geld denn der König bezahlte ihn reichlich um seine Befehle an die Armee zu bringen und eine Menge Damen gaben ihm was er wollte damit er ihnen Nachricht und Briefchen von ihren Liebhabern brächte dies trug ihm das meiste ein es fanden sich auch einige Frauen die ihm Briefe an ihre Männer mit gaben aber diese bezahlten nicht sonderlich und er schlug diese Einnahmen nicht hoch an nachdem er eine Zeit lang den Boten gemacht und unermessliches Geld gesammelt hatte kam er wieder zu seinen Eltern die eine ganz unbeschreibliche Freude hatten als sie ihn wieder sahen er teilte der ganzen Familie von seinen Reichtümern mit er kaufte seinem Vater und jedem seiner Brüder eine einträgliche Stelle setzte sie alle in gute Umstände und vergaß sich auch selbst bei der Gelegenheit nicht Ende von Der kleine Däumling gelesen von Hokus Bokus Eselshaut von Charles Perrault Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Es war einmal ein sehr großer König den seine Untertanen über die Maßen liebten und alle seine Nachbarn und Bundsgenossen ehrten und den man daher mit allen Rechten den glücklichsten Monarchen nennen konnte Dies Glück wurde nun durch eine schöne und tugendhafte Gemahlin vermehrt mit der er in vollkommener Eintracht lebte Der Himmel hatte ihnen eine Tochter geschenkt die mit so vielen Reizen begabt war daß sie nicht nötig hatten sich mehrere Kinder zu wünschen Überfluss Pracht und Geschmack herrschten in seinem Palaste Seine Minister waren weise und tätig Seine Höflinge tugendhaft seine Bedienten treu und emsig Sein Marstall stund voll der schönsten Pferde die mit prächtigem Zeuge bedeckt waren Worüber aber alle Fremde die diesen Marstall besahen in großes Erstaunen gerieten war ein Esel mit langen Ohren der ganz zu Oberst stund und vor seinen Brüdern in der Mühle dem äußern Ansehen nach vom Kopfe bis zu den Füßen nicht das Mindeste voraus hatte Indessen hatte ihm der König diesen Ehrenplatz aus guten Gründen zugeteilt Die Eigenschaften dieses außerordentlichen Tieres verdienten alle nur mögliche Auszeichnung weil ihn die Natur mit dem seltenen Talent begabt hatte dass sich alles Futter das er bekam bei ihm in Gold verwandelte und seine Streu jeden Morgen mit einer großen Menge schöner Blanca Louis Dorr Karolinen Dublonen Gineen und Dukaten bedeckt war Kein Glück in der Welt ist dauerhaft und die Könige sind so gut wie die gemeinsten ihrer Untertanen den Launen der Dame Fortuna ausgesetzt Der König erfuhr die Wahrheit dieses Satzes nur allzu bald Die Königin fiel in eine schwere Krankheit aus welcher alle Geschicklichkeit der weisesten Ärzte sie nicht zu retten im Stande war Die Trauer war allgemein Der König war untröstlich und was immer das Sprüchwort sagen mag daß die Ehe das Grab der Liebe sei so tat doch dieser König so heiße Gelübde in allen Tempeln des Königreichs und bot sein Leben mit einer so aufrichtigen Wärme für das ihrige an dass man unmöglich an der Wahrheit seiner Liebe zweifeln konnte aber das half alles nichts die Götter und Feen blieben ungerührt als die Königin die Annäherung des letzten Augenblicks fühlte faßte sie ihren Gemahl der an ihrem Bette in Tränen zerfloß zärtlich bei der Hand und sagte zu ihm verzeihen sie daß ich jetzt noch etwas von ihnen fordere wenn sie Neigung spüren sollten sich wieder zu verheiraten bei diesen Worten konnte sich der König gar nicht mehr fassen und unter lautem Schluchzen versicherte er daß sie nicht nötig hätte ihm von einer zweiten Ehe zu reden nein fuhr er fort sprechen sie lieber von meinem Tode der Staat antwortete die Königin mit einer Festigkeit welche den Schmerz ihres Gemahls noch vermehrte der Staat hat das Recht einen Nachfolger zu fordern und wird vielleicht in sie dringen sich zum zweiten Mal zu verheiraten um ihm auch Söhne zu schenken die ihnen gleichen aber dann bitte ich sie bei allem was heilig ist und bei aller Liebe die sie stets für mich gehabt haben den Forderungen ihres Volkes nicht eher nachzugeben als bis sie eine schönere Prinzessin gefunden haben als ich bin schwören sie mir dies zu und ich sterbe zufrieden wahrscheinlich forderte die Königin Überzeugung daß es schwer sein würde jemand zu finden der ihr an Schönheit gliche und in der Hoffnung ihren Gemahl dadurch von einer zweiten Heirat abzuhalten sie starb endlich und der Schmerz ihres Gemahls war ausgelassen er weinte Tag und Nacht Seufzer waren alles was man von ihm hörte ein heftiger Schmerz dauert nicht lange über dies versammelten sich die Großen des Reichs und baten den König einstimmig zu einer zweiten Vermählung zu schreiten diese Bitte erneuerte seinen Schmerz und kostete ihn neue Tränen er führte den Eid an welchen er seiner verstorbenen Gemahlin geleistet hatte und forderte alle seine Räte auf eine schönere Prinzessin zu finden er hielt dieses für unmöglich aber der geheime Rat wollte dieses Versprechen nicht gelten lassen und meinte daß es hier gar nicht auf die Schönheit sondern auf die Tugend und Fruchtbarkeit der neuen Königin ankäme Der Staat verlange um seiner eigenen Sicherheit und Ruhe willen männliche Thronerben zu sehen Denn obgleich die Prinzessin alle nötigen Eigenschaften besäße um einen Staat wohl zu regieren so würde man doch in der Notwendigkeit sein ihr einen Fremden zum Gemahle zu geben dieser Wenn er auch in diesem Königreiche selbst herrschte so würden doch seine Kinder nicht mehr von der herrschenden Linie sein und es könnte dann leicht zu Kriegen kommen welche dem Reiche den Untergang brächten Diese Vorstellungen machten Eindruck auf den König und er versprach alles zu tun was zur Zufriedenheit und Sicherung seiner Untertanen beitragen konnte In der Tat sah er sich unter den Prinzessinnen welche zu und erhielt alle Tage ein neues Porträt aber so schön diese immer waren so kam doch nichts den Reizen der verstorbenen Königin bei Er konnte also zu keinem festen Entschluss kommen Während er sich mit diesen Gedanken beschäftigte ward er unglücklicherweise gewahr daß seine Tochter nicht nur unsäglich schön und reizend war sondern daß sie auch die Königin ihre Mutter an Verstande und Anmut des Geistes bei weitem übertraf ihre Jugend ihre schöne und frische Farbe entzündeten in dem König eine so heftige Liebe daß er ihr endlich gestund er wolle sie heiraten weil sie allein ihn seines Eides entbinden könnte die junge Prinzessin voll Tugend und Ehrliebe erschrak über diesen entsetzlichen Antrag sie warf sich ihrem Vater zu Füßen sie beschwor ihn bei allem was ihm teuer war und mit aller Beretsamkeit sie nicht zu einem solchen Verbrechen zu zwingen der König hatte sich aber nun einmal diese sonderbare Grille in den Kopf gesetzt und fragte einen alten Druiden über die Sache um Rat um das Gewissen seiner Tochter zu beruhigen dieser dieser Druide dem es mehr um die Befriedigung seines Ehrgeizes als um die Religion zu tun war opferte die Sache der Unschuld und Tugend der Ehre auf des königlichen Vertrauens gewürdigt zu werden er wußte den König so einzunehmen daß er ihn nicht nur über das Verbrechen welches er begehen wollte vollkommen beruhigte sondern ihm die Heirat mit seiner Tochter sogar als ein Werk der Gottseligkeit vorstellte der König war mit dieser Entscheidung welche seinen Wünschen schmeichelte höchst zufrieden umarmte den Druiden und kehrte mit dem festen Vorsatze zurück sein Projekt auszuführen er ließ also seiner Tochter befehlen ihm gehorsam zu leisten und sich bereit zu halten seine Hand anzunehmen die junge Prinzessin wußte nun keinen anderen Rat als zu der Fee je länger je lieber ihrer Pate zu gehen und sich bei ihr zu befragen was sie tun müsse sie machte sich des nachts mit einem kleinen Cabriolet auf den Weg welches von einem großen Widder gezogen wurde welcher alle Wege auf ein Haar wußte sie kam glücklich an die Fee welche sie von ganzem Herzen liebte sagte ihr gleich sie wüßte schon warum sie käme und sie sollte nun ganz unbekümmert sein wenn sie ihrem Rate getreulich folgte so würde ihr niemand etwas zu leide tun es würde allerdings ein sehr großes verbrechen sein fuhr sie fort mein liebes Kind wenn du deinen Vater heiraten wolltest aber du kannst es vermeiden ohne dich ihm geradezu zu widersetzen bitte ihn ehe du dich weiter auf etwas einlässt um ein Kleid von Wetter Farbe mit allen seinen Reichtümern und aller seiner Liebe zu dir wird er dir dies doch gewiß nicht schaffen können die Prinzessin dankte ihrer Pate und den anderen Morgen sagte sie zu ihrem Vater was ihr die Fee geraten hatte und versicherte dass sie schlechterdings ihr Wort nicht von sich geben würde wenn sie nicht der König froh einige Hoffnung zu erhalten ließ sogleich die geschicktesten Fabrikanten des ganzen Königreichs zu sich fordern und befohl ihnen ein solches Kleid zu verfertigen mit der Bedrohung wenn sie es nicht zustande brächten sie alle aufhängen zu lassen sie ersparten ihm den Verdruss seine Drohung erfüllen zu müssen und schon den anderen Tag brachten sie das verlangte Kleid der Himmel ist nicht so blau wenn goldene Wolken ihn umgeben als dieses schöne himmelblaue Kleid da man es voneinander schlug die Prinzessin war ganz niedergeschlagen da sie es sah und nichts daran tadeln konnte sie wußte nun gar nicht mehr was sie anfangen sollte der König drung auf eine entscheidende Antwort und sie reiste noch einmal zu ihrer Pate die sich wunderte daß ihr Rat keinen besseren Erfolg gehabt hatte sie gab ihr also den Anschlag noch ein Kleid von Mondfarbe zu fordern der König der seiner Tochter nichts abschlagen konnte ließ wiederum die geschicktesten Fabrikanten zu sich fordern und befohl ihnen auf das Eiligste ein Kleid von Mondfarbe zu machen das Kleid war in vierundzwanzig Stunden fertig die Prinzessin konnte dieser außerordentlichen Arbeit ihre Bewunderung nicht versagen aber da sie mit ihrer Amme und ihren Kammerfrauen wieder allein war zerfloss sie beinahe in Tränen da erschien ihr die Fee die um alles wußte um sie in ihrer Bedrängnis zu trösten und sagte zu ihr ich müßte mich sehr irren oder dein Vater wird nicht im Stande sein dich zu befriedigen wenn du ein Kleid von Sonnenfarbe forderst ich glaube nicht daß man so etwas machen kann und wir werden wenigstens etwas Zeit gewinnen die Prinzessin war es zufrieden und forderte ein solches Kleid der verliebte König getraute sich nicht es ihr abzuschlagen sondern gab alle Diamanten und Rubinen aus seiner Krone zu dieser Arbeit her aus nichts sparen sollte um jenes Kleid der Sonne gleich zu machen in der Tat da das Kleid kam und ausgebreitet wurde mußten alle Umstehenden die Augen zumachen um nicht von dem Glanze desselben geblendet zu werden man hatte nie etwas schöneres und künstlerisches gesehen die Prinzessin statt sich zu freuen war ganz bestürzt und begab sich auf ihr Zimmer unter dem Vorwande daß ihr die Augen davon wehe täten hier erwartete sie ihre Pate ganz beschämt über die vereidlung ihres Anschlags und voller Zorn gegen den König endlich meine Tochter sagte sie wollen wir deinen Vater doch auf eine Probe stellen die er nicht aushalten soll er glaubt der Erfüllung seiner Wünsche nun sehr nahe zu sein aber ich denke daß die Bitte die ich dir raten will zu tun ihn etwas aus der Fassung bringen soll gehe hin und bitte ihn um die Haut seines Gold Esels den er so sehr liebt und der ihm das Geld zu allen diesen Ausgaben verschafft die Prinzessin war von Herzen froh noch ein Mittel zu haben einer Verheiratung aus dem Wege zu gehen die sie verabscheute denn sie glaubte ganz gewiß daß ihr Vater sich niemals entschließen würde ihr diesen Esel aufzuopfern sie ging also zu ihm und bat ihn um das Fell dieses Wundertiers der König war zwar etwas verlegen über diese Zumutung aber seine Liebe behielt die Oberhand und er versprach ihr auch diesmal Gewährung ihrer bitte der arme Esel mußte sein Fell hergeben man brachte es der Prinzessin die nun gar keinen Ausweg mehr sah und in eine wahre Verzweiflung geriet in dem Augenblicke kam ihre Pate und da diese sah daß die Prinzessin sich die Haare ausraufte und das Gesicht zerkratzte rief sie ihr zu was machst du meine Tochter der schönste Augenblick deines Lebens naht sich und du verzweifelst nimm diese Haut um und verlaß dein väterliches Haus und gehe so weit dich deine Füße tragen die Götter belohnen den welcher der Tugend alles aufopfert geh und laß mich für alles übrige sorgen ein Koffer mit Kleidern und Schmucke soll dir allenthalben unter der Erde nachfolgen nimm diesen Stab wenn du deinen Koffer brauchst so schlage damit aber eile aus diesem Hause und zaudere nicht länger die Prinzessin umarmte ihre Pate tausendmal und bat sie um ihren Schutz dann nahm sie die häßliche Eselshaut um bestrich ihr Gesicht mit Ruß und verließ den königlichen Palast ohne von einer Seele erkannt zu werden kaum war sie fort so wußte man es schon im ganzen Hause und man kann denken was ihre Verschwindung für ein Aufsehen machte der König war untröstlich denn er glaubte nun der Erhörung seiner Wünsche gewiß zu sein und hatte deshalb ein herrliches Festin angeordnet er ließ sogleich seine ganze Leibgarde aufsitzen um der Prinzessin nachzureiten aber niemand konnte sie finden denn die Sorgfalt der Fee machte sie unsichtbar und da die Sache nun einmal nicht zu ändern war so Indes setzte die Prinzessin ihren Weg immer fort sie gingen weit weit weg und suchte allenthalben anzukommen aber umsonst aus Mitleiden gab man ihr wohl einmal zu essen aber weiter wollte man nichts mit ihr zu tun haben denn sie war gar schmutzig endlich kam sie in eine schöne Stadt vor deren Tore ein Meierhof lag die Pächterin hatte einen Küchenratz nötig der die Lappenauswüsche und die Trögereien machte und die Truthühner Gänse und Entenställe fegte dazu schien ihr die arme Prinzessin nun gerade recht man frug sie ob sie da bleiben wollte und sie sagte mit Freuden ja so müde war sie von dem langen gehen man steckte sie in die Küche in einen Winkel wo das Gesinde die ersten Tage über sie unaufhörlich neckte und tönte denn sie war in ihrer Eselshaut gar zu häßlich mit der Zeit wurde man ihrer aber gewöhnt und da sie sehr emsig war und ihre Arbeit treulich tat so nahm sie die Pächterin in ihren Schutz sie trieb die Schafe und Gänse auf die Weide und in allem bewies sie so viel Geschicklichkeit dass man meinte sie hätte zeitlebens nichts anderes getan Eines Tages saß sie an einem hellen Bache und weinte über ihr trauriges Schicksal als ihre Augen von ungefähr auf das Wasser fielen und sie sich selbst in ihrer hässlichen Eselshaut sahe welche ihren ganzen Staat ausmachte sie erschrak vor sich selbst und schämte sich hierauf wusch sie sich Gesicht und Hände ab welche so weiß wie Elfenbein wurden und da sie sahe daß ihre natürliche Farbe wieder zum Vorschein kam bekam sie Lust sich zu baden welches sie auch tat indes mußte sie ihre hässliche Eselshaut wieder umnehmen um nach hause zurück zu kehren glücklicherweise war den ganzen Tag ein Feiertag und sie hatte Zeit ihren Koffer erscheinen zu lassen und ihre Toilette zu machen sie puderte ihre schönen Haare und zog das wetterfarbene Kleid an ihr Kämmerchen war so klein daß sie nicht einmal eine Schleppe fallen lassen konnte die schöne Prinzessin besah sich im Spiegel und gefiel sich so wohl daß sie beschloss alle Sonn- und Feiertage ihre schönen Kleider eines nach dem anderen anzuziehen dies tat sie denn auch und es war in dem traurigen Leben ihre einzige Erholung sie flocht dann Blumen und Diamanten in ihre schönen anderen Bewunderer zu haben als ihre Schafe Truthühner und Gänse die sie in der Eselshaut ebenso gern sahen als in dem schönsten Kleide als sie eines mals ihr sonnenfarbenes Kleid angezogen hatte kehrte der Sohn des Königs dem der Meierhof gehörte darinnen ein um von der Jagd auszuruhen dieser Prinz war jung und wohl gemacht der Liebling seiner Eltern und der Abgott seines Volkes er nahm ein ländliches Mahl ein und kroch dann in den Höfen und in allen Winkeln des Hauses umher endlich kam er auch auf einen dunklen Gang an dessen Ende eine verschlossene Tür war die Neugier trieb ihn durch das Schlüsselloch zu gucken wie erstaunte er als er diese schöne und prächtig gekleidete Prinzessin erblickte die ihn durch ihren edlen furchterfüllte diese allein hielt ihn ab die Türe aufzustoßen wozu er in der ersten Auffallung der Leidenschaft sehr große Lust hatte ungern verließ er den Gang und erkundigte sich im Hause wer denn die kleine kammer bewohne man antwortete ihm es wäre ein armes Mädchen die man im Hause nur Eselshaut nennte weil sie gewöhnlich eine Eselshaut trüge sie wäre so schmutzig daß kein mensch sie gern ansehen oder mit ihr reden der Prinz war durch diese Nachricht schlecht getröstet aber er sah wohl daß die guten Leute selbst nicht mehr wüßten und so frug er denn auch nichts weiter indes war er über allemaßen verliebt und da er wieder nach Hause kam so konnte er an nichts denken als an sein Abenteuer und das Bild der Göttin die er durch das Schlüsselloch gesehen hatte schwebte ohne Unterlaß vor seinen Augen seine Bescheidenheit fing ihn an zu geräuen und er nahm sich fest vor das nächste Mal gewiß anzupochen aber noch in der nämlichen Nacht zog ihm das Ungestüm seiner Leidenschaft ein Fieber zu das ihn in kurzem an den Rand des Grabes führte alle Mittel wurden vergebens angewandt und seine Mutter welche nur dies einzige Kind hatte war in Verzweiflung Vergebens versprach man den Ärzten die größten Belohnungen sie boten alle ihre Kunst auf aber nichts war im Stande den Prinzen zu retten endlich meinten sie es müsse irgendein heimlicher Kummer zum Grunde liegen der die Krankheit verschlimmere sie teilten der Königin diese Vermutung mit und diese beschwor ihren Sohn ihr die Quelle seiner Krankheit nicht zu verbergen sie versicherte ihn dass er alles erhalten sollte was er begehren würde und wenn es auch selbst die Krone wäre so würde sein Vater sie mit Vergnügen auf das Haupt eines so geliebten Sohnes setzen wenn er etwa in eine Prinzessin verliebt wäre mit deren Vater man im Kriege begriffen sei oder über den man sonst gerechte Ursache zu klagen hätte so würde man von Herzen gern die Forderungen der Politik den Forderungen seines Herzens nachstehen lassen mit einem Worte man wäre zu allem bereit was ihm das Leben retten könnte denn das Leben seiner Eltern hinge von dem seinigen ab die Königin endigte mit einem Strome von Tränen der über das Gesicht ihres Sohnes herab floß liebste Mutter antwortete er ihr nach einigem Stillschweigen mit schwacher Stimme ich begehre die Krone meines geliebten Vaters nicht möchte Gott sein Leben noch lange erhalten und ich noch lange Zeit der treueste und ehrerbietigste seiner Untertanen sein aber ebenso wenig habe ich daran gedacht mich zu verheiraten und sie wissen daß ich ihnen immer gehorsam gewesen bin und daß ich also auch in diesem Punkte alles auf ihren Willen würde ankommen lassen so viel mich auch dieser gehorsam immer kosten dürfte ach mein Sohn erwiderte die Königin es ist uns nichts zu kostbar um dir das Leben zu retten aber rette du auch das meinige und das Leben deines Vaters entdecke mir was du wünschst und sei versichert daß es dir zugestanden werden soll wohl an denn versetzte der Prinz sie wollen daß ich ihnen meine Wünsche entdecken soll so muß ich gehorchen und ich würde mir ein Verbrechen daraus machen das Leben meiner geliebten Eltern in Gefahr zu setzen ach liebste Mutter fuhr er fort mein heißester Wunsch ist daß Eselshaut mir mit eigenen Händen einen Kuchen backe und daß man mir ihn bringe wenn er fertig ist die Königin glaubte ihr Sohn fantasiere da er ihr den seltsamen Namen nannte und frug ihn wer denn Eselshaut fiel einer von den dabei stehenden Offizianten ein der das Mädchen von ungefähr gesehen hatte es ist das hässlichste Murmeltier von der Welt ein schwarzer Schmutzratz der draußen auf ihrer Majestät Meierhof dient und die Gänse und Truthühner hütet gleich viel antwortete die Königin mein Sohn hat vielleicht einmal beim Einkehren von der Jagd von ihrem Backwerk gegessen es ist eine kranken Idee aber ich muss mein Wort halten und Eselshaut soll ihm gleich einen Kuchen backen Nun schickte man auf den Meierhof ließ Eselshaut kommen und befohl ihr so gut sie konnte einen Kuchen für den Prinzen zu backen man will wissen dass die Prinzessin es gewahr worden sei als der Prinz durch das Schlüsselloch in ihre Kammer guckte sie in jung schön und wohlgemacht gefunden sie hatte sich von der Zeit an sein Bild fest eingeprägt und das Andenken an ihn hatte ihr manchen Seufzer gekostet dem mag nun sein wie ihm will sie mag ihn gesehen oder von ihm gehört haben genug sie war froh ein Mittel zu finden ihm näher bekannt zu werden schloß sich in ihre Kammer ein warf ihre hässliche Haut ab scheuerte Haare zurecht legte dann ein schönes Korsett und Rock von blankem Silberstoffe an und fing an einzumengen wozu sie das feinste Mehl die frischesten Eier und die schönste Butter nahmen unter dem Mengen kam ein Ring den sie am Finger trug vielleicht aus Vorsatz in den Teig und da der Kuchen fertig war hüllte sie sich wieder in ihre Haut gab dem Bedienten den Kuchen und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustände des Prinzen der Bediente würdigte sie keine Antwort und lief fort der Prinz riß dem Bedienten den Kuchen aus der Hand und verschlang ihn mit einem Heißhunger den die Ärzte für ein sehr schlimmes Zeichen hielten in der Tat wäre er auch beinahe an dem Ringe erstickt den er in dem Kuchen fand aber er nahm ihn sacht aus dem Munde und sein Heißhunger legte sich in etwas um ihm Zeit zu lassen den Ring zu bewundern der aus einem einzigen Smaragd bestund dieser Smaragd war in einem goldenen Reife eingefaßt welcher so eng war daß er nur an den zärtlichsten Finger passen konnte tausendmal küßte er den Ring steckte ihn unter sein Kopfkissen so oft er glaubte daß niemand auf ihn Achtung gäbe indessen ward sein Fieber zusehends schlimmer denn er dachte und son nun auf nichts als wie er es anstellen sollte die zu sehen zu bekommen der dieser Ring gehörte er glaubte nicht daß man ihm seine Bitte gewähren würde wenn er verlangte daß man die geschickte Bäckerin solle kommen lassen noch weniger wagte er jemandem zu entdecken was er durch das Schlüsselloch gesehen hatte weil man ihn gewiß für wahnsinnig gehalten hätte diese Ideen welche ihn von allen Seiten bestürmten vermehrten natürlicherweise seine Krankheit und da die Ärzte ihres Leibes keinen Rat mehr wüßten so versicherten sie der Königin daß der Prinz zuverlässig vor Liebe krank sei Der König und die Königin eilten nun an das Krankenbett und der König rief voller Verzweiflung aus mein liebster Sohn nenn uns deine Geliebte sie mag sein wer sie will ja wäre sie auch die niedrigste Sklavin so soll sie die deinige sein auch die Königin umarmte ihren Sohn und bekräftigte das Versprechen des Königs mit einem Eide der Prinz wurde endlich durch die und sagte liebste Eltern meine Meinung ist im geringsten nicht eine Verbindung zu treffen die ihnen missfallen könnte und zum Beweis dass ich die Wahrheit rede so verspreche ich ihnen keine andere zu heiraten als die an deren Finger der gegenwärtige Ring passt bei diesen Worten zog er den Ring unter seinem Kopfkissen hervor sie sehen fuhr er fort daß er schwerlich an den Finger einer gemeinen der König und die Königin nahmen den Ring betrachteten ihn mit großer Aufmerksamkeit und waren so wie der Prinz der Meinung daß dieser Ring nur an den Finger eines Frauenzimmers von Stande passen könne nun umarmte der König seinen Sohn schwur ihn zu retten und befahl den königlichen Herolden unter Pauken und Trompetenschalle in der ganzen Stadt auszurufen daß alle Frauenzimmer auf das Schloss kommen sollten um einen Ring anzuprobieren und die welcher er passen würde solle den Kronerben heiraten der Ausruf tat seine Wirkung und das Schloss wurde von Stund an mit Frauenzimmern angefüllt zuerst kamen die Prinzessinnen dann die Gräfinnen Reichsfreiherrinnen und Baronessinnen aber sie mochten ihre Finger so dünn machen wie sie wollten der Ring ging doch nicht daran das Probieren kam nun an die Bürgers Mädchen aber die niedlichsten unter ihnen hatten nicht so dünne Finger als für den Ring nötig waren der Prinz der sich eben ganz wohl befand machte sich selbst das Vergnügen allen den Ring anzuprobieren es kam endlich bis zu den Kammer Mädchen aber auch diese machten ihr Glück nicht sie hatten nun alle durchprobiert und keiner hat er gepasst die Küchenmägde und Gänsemädchen kommen zu lassen sie kamen auch aber an ihren dicken kurzen und roten Fingern ging der Ring nicht über den Nagel warum hat man Eselshaut nicht auch kommen lassen die mir neulich den Kuchen gebacken hat frug der Prinz alles im Zimmer fing an zu lachen und man sagte ihm sie sei gar zu schmutzig tut nichts erwiderte der König man soll nicht sagen daß ich jemanden übergangen habe die bedienten gehorchen und machten sich unter lachen und schreien auf den weg die prinzessin hatte die trompeter und pauker und den ausruf des herolts gehört und leicht geraten warum man diesen lärm machte aber sie liebte den prinzen und da die wahre liebe furchtsam und frei von Eitelkeit ist so schwebte sie in einer beständigen angst es möchte sich eine dame mit ebenso kleinen und zarten fingern als die ihrigen finden wie groß war ihre freude als die hofbedienten kamen und an ihre türe pochten sie hatte sich schon zum voraus darauf vorbereitet ihren kopfputz zurecht gemacht ihr silbernes korsett und einen schönen rock mit spitzen besetzt und mit brillanten verziert angezogen als sie an ihre türe klopfen hörte nahm sie geschwind die eselshaut um und machte die türe auf die bedienten konnten vor lachen kaum reden und sie brachten mit vieler mühe heraus daß der könig sie aufs schloß kommen ließe um seinen sohn zu heiraten führten sie dann unter beständigem gelächter fort und brachten sie vor den prinzen der selbst über ihren hässlichen aufzug erschrak und sich nicht einbilden konnte daß es dieselbe wäre die er durch das schlüsselloch gesehen hatte niedergeschlagen und betrübt über seinen groben irrtum frug er sie ihr seid es also die unten auf dem dunklen gange in dem meierhofe wohnt ja gnädiger herr antwortete sie so zeigt mir denn eure hand fuhr er zitternd und mit einem tiefen seufzer fort sie gehorchte und wie erstaunte könig und königin kammerherren und hofdamen und alle anwesenden als aus der schwarzen schmutzigen eselshaut ein kleines weißes und zartes händchen zum vorschein kam sie reichte es hin und der ring passte sogleich an den niedlichsten finger von der welt jetzt warf die prinzessin auf einmal die haut ab und erschien so schön und bei aller seiner schwäche sich nicht enthalten konnte vor ihr auf die knie zu sinken und die ihrigen mit einem feuer zu umarmen daß ihr das blut ins gesicht jagte aber nur wenige leute bemerkten dies denn der könig und die königin eilten sogleich herbei umarmten und frugen sie ob sie ihren sohn heiraten wolle und die prinzessin die auf allen seiten mit liebkosungen bestürmt wurde war eben im begriffe ihrer dankbarkeit freien lauf zu lassen als sich die decke des zimmers öffnete und die fee je länger je lieber auf einen aus je länger je lieber zweigen und blumen geflochtenen wagen herabstieg und die geschichte der prinzessin mit unbeschreiblicher anmut erzählte der könig und die königin waren entzückt da sie hörten daß ihre künftige aber den prinzen rührte ihre tugend mehr als ihre herkunft und seine liebe wurde dadurch immer stärker kaum erlaubte seine ungeduld daß man die nötigen zurüstungen zu der vermählung machen konnte der könig und die königin waren in ihre schwiegertochter ganz vernarrt und umarmten sie einmal über das andere sie hatte deklariert daß sie ohne die Einwilligung ihres Vaters nicht heiraten würde und daher hatte man an ihn zuerst eine Einladung zum Hochzeitsfeste geschickt doch ohne ihm wissen zu lassen wer die Braut war so hatte es die Fee je länger je lieber verlangt welche in allem mit Rate und Tat an die Hand ging aus allen Landen kamen Könige herbei einige in Portechesen andere in Cabrioles die entferntesten auf Elefanten Tigern und Adlern aber keiner kam in einem prächtigeren Aufzug als der Vater der Prinzessin der von seiner unsinnigen Liebe geheilt war und eine sehr schöne Königswitwe geheiratet hatte die ihm ein Königreich zubrachte Kinder Kinder hatte er nicht von ihr seine Tochter eilte ihm entgegen er erkannte sie sogleich und umarmte sie mit der größten Zärtlichkeit er sie noch Zeit hatte sich vor ihm auf die Knie zu werfen Der König und die Königin stellten ihm den Bräutigam vor den er mit Liebkosungen überschüttete Die Hochzeit ward nun mit aller möglichen Pracht gefeiert auf welche die jungen Eheleute wenig achteten denn sie sahen und hörten nicht vor Liebe und Zärtlichkeit Der König ließ seinen Sohn noch an dem selben Abend krönen und setzte ihn selbst auf den Thron ungeachtet sich dieser aus allen Kräften widersetzte Die Feierlichkeiten dauerten beinahe ein ganzes Vierteljahr aber die Liebe der jungen Leute würde noch dauern wenn sie nicht hundert Jahre darauf gestorben wären Ende von Eselshaut Ende von Märchen von Charles Perrault gelesen von Hukuspokus 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 Hukuspokus